So, und David, nochmal recht herzlich willkommen. Die Leute hier im Stream, die werden jetzt die Hand vor den Kopf schlagen, weil ich hab hier eigentlich gerade schon eine Anmoderation gemacht. Jetzt hier nochmal gerade schön, ja, nur weil der Bot gerade in die Knie gegangen ist. Ähm, so, aber jetzt sind wir hier und, ähm, ja, ich werde hoffentlich nicht bei den Knie gehen, denn ich war heute schon im Fitnessstudio Kniebeuge machen. Das, äh, ja, gibt's sonst mächtigen Muskelkater, wenn das jetzt hier noch weiter mit den Knien geht. Und, äh, ja, jetzt kommen wir dann hoffentlich auch zu guter Unterhaltung und nicht zu komischen Sprüchen. Keine Ahnung. So, ähm, genau. Würde jetzt gerne einmal nochmal kurz schnell zur Arbeit gehen. Schnell ist immer Fünnwörter, Hashtag, Fünnwort, ähm, ja. Genau, weil jetzt, äh, heute eigentlich tatsächlich schon Urlaubstag ist. Für mich tatsächlich als Person und, ähm, für Piotr, ähm, aber, ja, ich möchte die halt ungern irgendwie hier stehen lassen und so. Und, ähm, auch wenn wahrscheinlich eh nichts zu tun ist. Aber naja, werden wir gleich mal sehen. So, warte mal, lass mal den eben schreiben. An mich anruft, wenn du erreichbar. So, dann muss ich hier einfach kurz die Sachen hier rüberziehen. So, warte mal. So, wie ist das Wichtigste? So, dann haben wir hier nämlich einmal wieder alles dabei. So, und dann tragen wir uns hier einmal für iDark ein. Aber nicht 17.30 Uhr, sondern, was haben wir jetzt? 18.45 Uhr. So, holen Sie mal einfach mal eine Stunde hier, hätte ich jetzt mal gesagt, ne? So, zappen wir hier, und dann gehen wir wieder hier rein. Die machen wir mal zu. So, was haben wir hier? Aha, okay, irgendwer eine Datei wurde nicht gefunden. Okay. Ah, okay, 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 okay. Ich weiß was, ich weiß was. Gut. So, dann... Hallo. 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 Wo auch immer die Pizzatasche hin ist. Wo habe ich die Pizzatasche hingetan? Naja, ich hoffe... Ne? Sag mal... Ah, die setzen wir jetzt eh auf. Okay, zack. Zack. Dann die ziehen wir eben schnell aus. Die ziehen wir an. Dann sollten wir hier schlagklar sein. Hallo Prakti. Hallo. Ich bin mir einmal vorgegangen geworden. Okay, ja. Dort vorne, die Auto? Ja. Benzin. Ah, Benzin. Okay. Ist es für Gewerbe? Nein. Okay. Dann machen wir jetzt hier einmal noch mal kurz... Trick. Trick 17. So, danken. Benzin. Perfekt. Here is next. Perfekt. So funktioniert das. So sollte das funktioniert haben. Warte mal. Ich schaue sofort nach. Du bekommst nämlich keine Information darüber. Aber ich schaue sofort nach. Ein Moment. Ähm. Töp, 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 töp. Ja, du bist mit dabei. Sehr gut. Sehr gut. Du bist mit dabei. So, dann haben wir hier... Ähm. Töp, töp. Töp, 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 töp. Okay. Benzin. Okay. So, dann, äh... Einmal, äh, macht er bitte 60 Dollar. Okay. Kann ich Budget zahlen? Bitte? Ja, mit Warte. Kann ich Budget zahlen? Ich mein, äh, hier. Check einfach. Ja, mit Karte. Ja. Hey, kann ich euch einen Check ausstellen? Nein. Nein, nein. Können nur bezahlen mit Karte. Ich stelle Ihnen eine Rechnung aus. Okay. Bitte mit Krim bestätigen. Warte mal. Also bei 20 Dollar muss ich mit PIN zahlen. Na, bestätigen. Ja. Sehr gut. Alles geklärt? Äh, ja, vielen Dank. Okay. So, dann, Auto ist getankt. Danke. Gar kein Problem. Und belächtigen Sie nicht die Dame auf der Arbeit. Kommen Sie gefälligst hier mit Sachen an zur Arbeit. Und ziehen Sie nicht hier erst um. Bitte verwirr nicht meinen Pracki. War ich nicht verwirrt? Nein. Er hatte doch was an. Er hat nur seine Arbeitsjacke hinten angezogen. Er war nackig. Nein. Nein. Er hatte eine gelbe Jacke an. Ich will die Aufnahmen sehen, ja, Überwachung und so. Aber ich habe hier nichts. Ja, ich weiß das aber. Okay. Aber Sie haben... Aber Sie haben... Aber Sie haben sich's vorgestellt, der nackt wäre. Nein. Denn ich habe Ihrem Mann. Nur dem will ich nackt sehen. Der ist nichts, was geht's? Ich bin gerade nackt. Alles frisch. Sie sind ja aber jetzt schon dran. Ja, ja. Und bald auch, wenn dann Ihren... Nee, das ist mal ein Meld. Ey, ich wünsche Ihnen noch mal ein Meld. Ich wünsche Ihnen noch mal ein schönes Fest und so. Tschüss. Ich wüsste es. Ach, ist denn nicht von Leuten verwirrt. Oh, ne, alle gut. Ich habe nur gesagt, du bist nicht gerade hinten umziehen. Ich dachte, du bist nackt gewesen. Vielleicht. Ja, ich bin jüngelzogen, hast vielleicht kurz, aber ich war ja nicht hinten. Oder sowas. So, geht's dir wieder gut, ja? Ja, mir wieder geht gut. Sehr schön. Und selbst auch geht gut? Geht's ja vorrangig. Ich musste heute nicht ins Homeoffice. Vielleicht gar nicht da. Ah, okay. Hier sind morgen. Ist ja, große Fest. Ja, morgen Abend will ich aber nicht. Ja, ich bin morgen maximal bis vier da, wenn ich überhaupt da bin. Ah, okay. Dann komme ich erst wieder übermorgen Abend aus. Okay, okay. Also ich habe Urlaub eingereichen. Ich habe es gesehen, aber warum hast du so lange dazu geschrieben? Ich meine, warum ich habe so lange Text dazu geschrieben. Aber es ist in Ordnung. Okay. Aber was kannst du denn nicht erwarten, wenn ich mal fragen darf? Nein, 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 nein. Das nicht erwarten, dass, so, ich meine, dass... Wenn eine Familie kommt? Nein, 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 nein. Dass ich vielleicht komme zur Arbeit, aber das nicht erwarten, dass ich komme zur Arbeit, weil wir haben eigentlich recht Urlaub. Das ist so, wo ist das gemeint? Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, so, morgen fahre ich zur Familie, aber... Ja, ja. Ja, 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 also, aber heute, sich hat ergeben, dass ich kann doch kommen. Ja, alles machen. So, und haben geplant für morgen. Machen, machen mit Familie. Ja, muss ja sein, ne? Ja. Mit essen, singen, trinken. Ja. Sehr schön. Ach, ja. Das ist ein komisches Wetter, genau. Ich bleibst nur noch, der Schnee ist weg. Ja, ja. Aber so für mein Auto besser, dass kein Schnee aufboden. So, ja, jetzt ist ein sicheres Auto. Vorher war ein bisschen, äh, unberechenbar. Oh, ja, da ist er ja wieder. Dann hat es wieder genug geschneit. Und so halt vorsichtig war. Wo ist es mit meinem Augen? Ist es gerade ab? Ah. Hab ich nur, wenn der Grüne gehört. Hm. Weil ein anderes Auto ist wahrscheinlich an der Hörerstelle gelandet, oder? Ja, 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 ja. Ist ja nicht so schlimm, solange du weißt, wo es ist. Äh, ja. Ist so, dass wenn zu lange in der Verwahrenstelle, das... Also, wenn du ein Auto drei Tage nicht bewegst, dann kommt Ali vorbei und schläppst du an die Verwahrstelle ab. Aber an der Verwahrstelle bleibst du so lange, dass du ausbaut bist. Ah, okay. Okay. Ja, vielleicht, äh, so, ich finde jemanden und kann, äh, ihn schenken, die anderen Auto. Weil ich, ja, jetzt nicht mehr brauche. Vielleicht findest du ja auch mal einen Barbie. Ja. Ja. Bisschen noch mal Auto drauf. Ja. 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 zurzeit ist nicht viel los ja so ich hätte nicht anderen erwartet so werden ist ein tag vor fest aber ja auch letzte wochen so allgemein nicht viel los so ist irgendwann auch geplanten machen werbung okay so aber okay und machen die werbung über die wiesel news und ein warum was los halt stopp was auch gerade irgendwie war ja so ich wollte fragen machen tanken stelle werbung über die wiesel news ok ich wollte fragen ob da gibt allgemein pläne und machen werbung die zwei mädels ok ok da lassen wir eben kurz was gucken ok jetzt scheint hier mal alles wieder zu laufen jetzt scheint wieder alles zu laufen ich wollte mich nur mal kurz vergewissern dass auch alles hier von dem Setup jetzt funktioniert also nicht Setup sondern von der Software ja also gerade passiert das eh nicht so viel ne ne das ist jetzt auch nicht so gesprächig die alte Schlawinerin ach okay ja gut da muss ich das Spiel dann noch beigucken ja gut ja gut ja gut ja gut ja gut okay oh ja fette Schrift ähm ähm ah Tanisha und so haben Urlaub ne stimmt 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 da war ja was da war ja was aber manchmal habe ich das Gefühl dass Henriette mich falsch versteht na also ich sag dann was und ich glaube sie versteht mich dann falsch also zumindest antwortet sie immer ein bisschen komisch so wie ich das nicht erwarten würde dass sie antwortet vielleicht versteht sie mich auch einfach nicht so gut mit dem mit Art und Weise wie ich spreche wir fallen gerade so diese diese aus den aus Social Media so diese diese Chef äh Chef Chef Videos ein Chef ich kann heute nix kommen Arbeit oder hab Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Okay. Welcher Kraftstoff bitte? Benzin. Okay. Kein Problem. Ist es ein gewerblicher oder privater Fahrzeug? Okay. 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 Einen Moment. Mensch, du hier. 12 Dollar bitte. 120. Okay. Vielen Dank. So, ich werde ausstellen Rechnung. Bitte mit Krim bestätigen. Ja. Wünschen. Okay. Dann vielen Dank. Danke. Schönen Abend. Iben auch. Danke. Tschüss. Tschüss. Ja. So. Hupsi hupsi. Läuft doch. Langsam haben wir einen kleinen Prozess drin. Wie immer da schön. Wie immer schön hier vorankommen. Wie gut läuft. Wie die Leute nicht so lange warten müssen. Das ist doch echt geil. Oh. 8193. Holy shit. Also die 70 Dollar jeden, äh, die ganze Zeit. Das macht sich schon, das macht sich schon bezahlt. Hey. Das ist schon echt nicht schlecht. Zum Constructions, letzter Weihnachtsmarkttag. Okay. 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 Können noch Geschenke gekauft werden. Okay. Wer es beim Alberto gesehen hat jetzt. Ein Weihnachtsgeschenk gekauft. Wusste ich gar nicht, dass es geht. Aber naja. So ist das. So. Mein Vater schreibt mir gerade. Ah. Ähm. Beziehungsweise. Mein Bruder hat gerade geschrieben. So von wegen, ähm, er fährt jetzt heute schon zu meinen Eltern. Warte. 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 Ja. Kann, kann ich machen. Ähm. Ist für Gewerbe. Ja. Genau, genau. Für WCP ist das. Okay. Okay. Ähm. Ähm. Ein Mitarbeiterausweis, bitte. Das sicherlich. Das sicherlich. Das sicherlich. Ähm. Ähm. Okay. Okay. Vielen Dank. Ähm. Ähm. Na geht schon. Ähm. Welcher Kraftstoff darf ich tanken, bitte? Das da, äh. Gerne. Diesel reinmachen. Diesel raus. Okay. Es geht ja auch für den Rechnungen, sobald ich das weiß. Äh, ja. So, wenn ist gewerblich ein Fahrzeug, dann geht auf Firmenrechnung. Ähm. Ähm. Wenn ist, wenn, wenn Leute arbeiten bei Firmen, aber kommen mit privaten Fahrzeug, dann, äh, ist auch gerne, äh, privat. Genau. Genau. Okay. So. Oh. West Coast Performance. Du hast den Fall gemacht, den Sachs. Äh, ja. So. Und dann tanken. Diesel. Ähm. Und noch, äh, tötötötötötöt. Okay. So. Ich, äh, habe alles. Ähm. Dann, ich werde den Eintragen ins System. und ja so dann haben tanken und wünschen schönen abend und guten fahrt bei schnee ihr das nicht passieren ja richtig richtig deswegen drücken bei den finger und das wünschen nichts passieren ja kein problem das weiß ich so jetzt muss ich hier schnell ja so und getankt Entschuldigung, nein, äh Okay, okay, okay Dürfen wir gerne näher kommen Ja, hab ich kein Problem mit Ja Ja Okay, nice Und da wär natürlich ein separater PC, also als separate Eingabemöglichkeit wär natürlich mega Ja, weil dann müsst ihr nicht immer mit dem Handy und umschalten und so Das wär ein bisschen komfortabler Aber ich will mal ganz kurz gucken Habe ich hier Ah, hier ist die Pizzatische drin, okay Ja gut Ja, ich wusste, dass sie noch irgendwo ist, aber ich hab mich einfach nur selbst ein bisschen verwirrt, weil ich das zwischenzeitlich dann doch wieder vergessen hatte Äh, wo ist denn jetzt die Pizzatische und so Und dass ich das einfach auf dem Handy schnell eingebe Aber Naja, das kommt noch Verbesserungen wird's ja dann immer noch geben Noch geben Ja, was geht Leo schreibt Ich find's gut, wie jeden Smiley, den man in dieses Ding eingibt, alles zu so einem lachenden Smiley wird Gibt nur ein Smiley in diesem Ding, oder? Das ist irgendwas anderes Nichts, glaube ich, ist alles immer dieselbe Jo, Cordy, was geht? Was geht? Was geht? Was geht? Was geht? Na, alles frisch? Du alter Lörg, Peter Auch an dich nochmal so nebenher die Informationen, ne Einfach mit Ausrufezeichen Giveaway bist du Bist du beim Gewinnspiel dabei, kannst du ein paar PC-Spiele gewinnen Hast grad ein paar Sachen fertig gemacht Ach so Hm Warte, 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 warte Du kriegst keine Benachrichtigung, das ist das Ding Habe ich nämlich extra so gemacht Ja, du bist mit dabei Perfekt, du bist mit dabei Und morgen, morgen wird, äh, werden quasi die Sachen verteilt Ich hab extra deswegen, also ich hab extra keine, keine Benachrichtigung gemacht, dass der Chat nicht vollgeknallert wird Aber ich guck dann einfach immer, weil gestern war nämlich, das war auch so ein bisschen der Grund, warum es dir dann gestern Abend auch nicht so gut ging Weil ich die ganze Zeit Stress hatte, dass mein Bot das nicht hinbekommt, dass der die Leute quasi speichert So Und Jetzt klappt's Ich hab gestern Abend im Stream Während, äh, während dem RP hab ich noch an dem Bot rumgebastelt, weil ich mach das ja alles selbst Und hab noch rumgefummelt und hier noch das noch gegoogelt, das noch gemacht, hier, da, da, da Und, ähm, ja, da war ich etwas abgelenkt tatsächlich Aber, auch, ne, weil ich nicht so gut drauf war Aber, genau, du bist jetzt dabei, ähm, und, ähm, ja, kannst ja mal unten in der Beschreibung gucken, wenn du gerade Zeit hast, was ist so Wobei, da hab ich's glaube ich gar nicht drin, ne, aber der Bot schreibt das immer rein Gibt's so ein, ähm, ähm, ja, gibt's ein paar Sachen, ne, Duke Nukem ist dabei, Frostpunk, haben wir den Season Pass mit allen möglichen DLCs dabei Bei Company Heroes gibt's, ähm, alle möglichen Lego Games, ne, ähm, viel mit Marvel, viel DC, ähm, Lego, Lego Movie Game, eins und zwei, glaube ich Also, geht schon einiges Müssen wir nur noch erzählen, was passiert war Also, 50 Keys gibt's, ähm, aber das sind natürlich auch, ähm, ja, ganze Pakete, ne, also da gibt's zum Beispiel auch Dieses Duke Nukem ist mit, ähm, mit zwei DLCs, glaube ich, dabei Dann ist noch, ähm, boah, äh, Company Heroes ist mit, äh, DLC, steht ja auch im, 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 im Chat, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast Ähm, dann gibt's noch alle möglichen anderen Sachen mit, ähm, also es ist, es ist echt ein Riesenpaket So, ähm, hab ich mal aus, aus dem Ärmel geschüttelt vielleicht, so für Weihnachten Über den Preis sprechen wir nicht Ja, die ist, ja, ja, so, ich hab mir halt gedacht, ne, also dieses Jahr gab's echt ein paar, paar Saps und so Paar, paar, paar Follower, ging echt ein bisschen ab hier im Stream Und dann hab ich mir einfach gedacht, ähm, ja, läuft dann schon Ja, Gary, du bist schon dabei Doch, geht schon, aber du kriegst keine Benachrichtigung, du bist schon, du bist schon mit dabei Was kann man gewinnen? Äh, ja, du kannst, äh, PC-Spiele gewinnen Von Duke Nukem Forever bis Company of Heroes, den ersten Teil mit DLC Ähm, du kannst ein paar Shooter gewinnen, du kannst, boah, viel Also, wenn ich irgendwo die, die ganze Ich würde sagen, überraschen lassen Richtig Genau, also es ist auf jeden Fall, es sind 50 Keys hab ich, es ist kein Spiel doppelt Ähm, aber wenn, ne, wenn, wenn jetzt, ähm, die Wahl quasi bei einem Zuschauer oder bei einer Teilnahme Auf einen Key von diesem Ding fällt, dann kriegt man natürlich dieses ganze Paket Ja, also Ähm, ich hab da jetzt aber auch nicht großartig nach Wert irgendwie geguckt, sondern Ähm Rein da Also, da sind auf jeden Fall ein paar geile Sachen dabei Und wie gesagt, du bist mit dabei Nur, ähm, ja, der Bot ist etwas faul Nein, ich hab Ich, ich war faul Und hab einfach keine Antworten mit reingepackt Bin gleich wieder da, muss kurz zur Tochter Gar kein Problem, gar kein Stress Alles gut Also Gary Snakes, du bist mir dabei Gar kein Stress Und, ähm, ja Aktuell sieht's noch sehr gut aus, dass, dass alle etwas gewinnen Naja, wie gesagt, 50 Keys hab ich Beziehungsweise sind, glaub ich, irgendwie dann 47 oder 48 Gewinnchancen Ja, der ist toll Und, ähm, wird dann erst knapp mit dem, ähm, nicht gewinnen, wenn halt mehr Leute teilnehmen, als es Kies gibt Okay, ging schneller als gedacht Lebt die Tochter noch? Nein, er lebt noch, hab ich selbst nicht mehr bei uns So, warte mal, hat die geschrieben Ah, sie wollte nur wissen, ob du noch lebst Ah, ja, ist auch eine gute Frage, die man mal stellen kann Was ist so benehmen, was den Hunger gemacht hat Ja, hallo Hallo Hallo, einen wunderschönen guten Abend Ja, äh, dich auch Ähm, ihr wolltet fragen, weil ich hab geschrieben, äh, Nachricht, äh, sollen kommen, abholen Ne, alles gut, Johnny ist gerade auch da und, äh, ich warte jetzt noch, weil ich hab irgendwie die Hoffnung, dass jetzt auch Alberto Beidmer aufsteht und die anderen und dann, ja, wollten wir ja eher etwas gemeinsam machen, bitte Okay, 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 ja, ja Ähm, wie lange kannst du dir jetzt noch arbeiten, oder sollen wir dir einfach beitragen, oder soll ich bescheid sagen? Okay, kein Problem Ähm, ja, nur, war, war Chefin Ähm, ja, so, äh, ja, dann, äh, wir treffen später Ja, sollen wir dir dann bescheid sagen? Ja, gerne Okay, das machen wir dann, alles klar Okay, danke, ich bin so Mach ich, tschüss Was holst du dir? Hallo Hi, moin So, was, äh, wie kann ich euch behilflich sein? Äh, ich weiß nicht, ich kann mich nicht entscheiden zwischen dem 31er oder dem 69er, kannst du uns da irgendwie weiterhelfen? Ähm 31er und 69er Ja, im Menü aber, oder? Ist das ein Menü? Ja, ja Äh, wie, wie, wie meinen? Wie, verkaufst du, was verkaufst du? Ich hab Hunger Ja, ja, so, ich, äh, kann euch, äh, schicken, äh, mit dem Bluetooth, kann ich euch schicken, äh, den Speisenkarten Ja, das wäre super, wenn du uns hier mal raushaust, oder hast du mir den eben geschickt, äh, Isaac? Ich, äh, ich hab's dir schon gegeben Achso, okay, dann schaue ich mal auf meinem Handy, ja, kurz So, ich kann auch nochmal, äh, schicken, kein Problem So, jetzt, ich schau mir mal das kurz an, ja? Ja, sehr gerne Aber du machst nichts am Preis, oder? Weil ich heiße auch Frank, vielleicht kannst du auch gut zudrücken Na, so, leider, ich habe keine Möglichkeit Namenswetter, weißt du? Ah, ja, aber ich, äh, ich glaube, äh, dass, äh, ja, keine Möglichkeit, leider, Entschuldigung Sag doch, wir sind nicht auf dem Bazar So, dann nehme ich einmal das 69er-Menü Wobei, schau mal, wenn ich das 69er-Nehme, oder hast du mir das schon rausgeschenkt? Ah, so, ah, ja, ja, äh, so, äh, na, kann ich machen Ja, aber, guck mal, der 31er ist doch günstiger, ne? Wenn du zweimal 31 nimmst, bist du doch günstiger raus wie einmal 69, oder hab ich da falsch berechnet? Na, na, ist schon richtig Hast du da extra so gemacht, oder was? Nein, so war, war mein Chef Chef haben gemacht Ja, dann nehme ich den 31er, obwohl ich die Zahl gar nicht gern habe Ah, okay, haha, so, nehmen, nehmen einen, oder nehmen zwei? Zwei 31er Okay Also 62er am besten Mhm, und, äh, Freunde, wollen auch haben Essen? Ich nehme einen 31er Okay, okay So, dann ich, ähm, einmal kommen Hey, ich gebe aus, ne? Ich gebe auch deins aus Nein, nein Doch, doch Ähm, was kannst du bei dem Burger, ja? Äh, ja Was, was hast du denn da für uns? Weil am besten irgendwas ohne, äh, weißt du, muss halal sein Ah, ja, so, ähm, ja, wir leider haben keinen Burger Achso, ja Ah, wir, wir haben, äh, Snacks So, wir haben, ähm, ja, was ist nicht halal Äh, haben Mähbrötchen Und, äh, haben, äh, Fischbrötchen Ja, Fischbrötchen äh, hat sich doch wieder halal an Ja Ja Dann nehme ich einen Fischbrötchen Aber, 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 Frank, da hast du doch im Menü steht Burger, oder habe ich mich nachher geguckt? Warte, ich guck mal nochmal Da steht doch Ah, so, nee, du hast gar nicht definiert, was du da ausgibst, ne? Ja, ist, äh, Essen So, so kann, äh, ja, entscheiden Also, so gar nicht wählerisch sein, hier essen, oder was? Ja Ja Fischbrötchen oder Mähbrötchen, hast du gesagt? Äh, ja, so, auf Speisekarte, wir haben, äh, nochmal, äh, Unterscheidung Hast du nichts ohne Fleisch, irgendwas, noch nicht mal Fisch, also irgendwas, was vegan ist? Äh, ja, wir haben, äh, für Fischbrötchen haben wir veganen Filet Und, äh, Mähbrötchen haben wir veganen Mähbrötchen Das ist, das hört sich interessant an Weißt du was? Ich probier mal beides Gib mir mal am besten hier die veganen Mähbrötchen Dreimal Aber steht da auch hier, ne? Ist da auch etikettiert alles drauf? Nicht, dass ich jetzt Fleisch esse wegen dir Äh, na, so, ähm, nein, so, wenn, 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 wenn nur nehmen, äh, von die veganen, dann, äh, dort keine Verwechslung Keine Verwechslung? Ja, dann vertrauen wir dir mal erstmal Ja komm, Frank, dann nehmen wir drei vegane, äh, mit drei veganen Fisch, wenn's okay ist Okay, okay Und da war ja noch was, ne? Da gibt's ja noch was raus So ein Lutscher oder so, oder Snacks und Getränke, oder? Äh, ja, so ist, äh, Lutscher und, äh, Schokolade Ja, dann, dann nehm ich komplett Paket, einfach Und Snickers oder so, weißt du, wenn ich unterzückert bin? Zitter mir die Hände Okay, okay, okay Und, äh, wie sieht aus bei, äh, Freund, bitte? Freund, was willst du? Äh, mach einfach Okay Auf jeden Fall, äh, mach einfach Das muss halt einfach heilall sein, Mann Ich will hier kein Schwein haben, am Ende Okay, okay, okay Dann, äh, ja, ich, äh, machen Und, äh, dann, äh, gleich kommen Ja, kann ich drehen Danke dir Wir sind, wir sind vor der Tür dann eine Quarzen, ja, Frank? Okay, kein Problem Keine Ahnung, wie er auf, auf Frank kommt, aber Gut Äh, warte mal, ich muss hier mal eben kurz Tut, 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 tut Ich muss hier nämlich mal Die ganzen Sachen hier mal umschiften gerade Vielleicht sollte ich denen dann kleine Fleischbrötchen geben, ne? So, die packen wir auch mal hier rüber. So. Ja, die sind natürlich alle, ja, die heißen halt mit Deutsch, ne? Blöd. So. So, dann haben wir hier Schokolade, Schokolade, Lucha, Lucha. Und da sind aber auch Getränke dabei, ne? Fünfmal Getränk. Holy shit, Alter. Das wird echt knackig hier mit dem Platz. Ähm, okay. Getränke sind da drüben. Warte mal, hier so, zack, zack, zack. Schokolade und Lucha. So, dann brauchen wir jetzt hier noch Getränke. Okay, einfach, na stimmt, dass hier der Schrank da drüben ist. So, muss ich mich gerade mal ein bisschen konzentrieren, ne? Damit ich hier, so, machen wir hier, hier. Okay. Ja, so. Ich bin jetzt gleich einfach abzischen, gell? Dann ist aber, ach, ich hätte die vielleicht vorher einfach schon mal bezahlen lassen sollen. Scheiße. Ähm. Okay. Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Ich müsste es ja... Gibt es hier... Ah, hier ein 31er Menü. Oh Gott, scheiße. Alter. Ähm. Äh, eins. Achso. Ähm. Was war das jetzt? Alter, und schon komme ich durcheinander, gell? Äh, drei und... Der Hund. Mähtbrötchen. Eins, zwei, drei. Eins. Hä? Na, ist aber mehr. Achso, okay. Ähm. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, glaube ich, war das, ne? Ne, genau, andersrum. Dreimal Limo. Zweimal Cola. Lutscher. Und... Und... Okay. Ähm... Holy shit, Alter. Ah, er kriegt ja noch mal Getränke. Holy shit. Ja, okay. Ähm... Zack. Dann... Oh Gott, das ist ja schlimm. Eins, zwei, drei. Äh... 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 Okay. Menü... Holy shit, Alter. So, und jetzt noch mal. Und da hat man jetzt... Fischbrötchen und Mettbrötchen vegan. Wer bestellt so viel? Äh... Okay, dann haben wir hier direkt den Lutscher. Äh... Äh... Was hat man bei dem? Mal Schlitz-Cola. Ach Gott. Dreimal Schlitz-Cola. Alter, Alter. Eins, zwei, drei. Eins, zwei. Äh... Böööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö Holy shit, okay Ich hätte mir jetzt zu viel gegeben Also dreimal essen Holy shit Alter, jetzt geht's durcheinander Es war so klar, jetzt geht's durcheinander Warum ist das alles hier so unübersichtlich, Mann? Trinken, oh Gott Ich raste hier aus Okay, so, warte mal Also zack, 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 okay Dann muss ich das hier mal anpassen Schlitz Limo Und was haben wir hier an Essen? Warte mal Okay, dann haben wir hier Fischbrötchen vegan Und dann machen wir hier die Fischbrötchen raus Und Schlüssel Limo und Warte mal, scheiße Okay, holy shit, Alter Sau unübersichtlich, Mann Äh Okay Dann brauche ich auch noch ein paar Getränke Ich muss sie gleich wieder alle einsortieren Holy shit, Alter Ähm Ja, mach mal Lörg, 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 Alter Ich bin total Holy shit, Alter So Total überfordernd gerade Holy shit So, Entschuldigung, habe ein bisschen länger gedauert Was, was, Frank? Sorry, ich war in Gedanken Nein, es hat ein bisschen länger gedauert Und, äh, Brötchen war nicht so leicht aufzuschneiden Ja Ähm So, dann, äh, ich erst mal, äh, machen Rechnung Werden, äh, für alle drei Menü, äh, 93 Dollar, bitte Sofort, der kommt gleich, der Kollege, der hat das Geld, Frank Ah, okay Eine Sekunde warten, wenn es geht Okay Wir kommen rein, wenn es okay, wenn ich es Ja, so, kein Problem, ich, äh, hier warten, alle gut Okay, okay So, aber, ähm, ja, kann sowieso nur zahlen mit Karte So, äh, du vielleicht auch kann zahlen So, äh, auch nicht Sehr gut Ich ruf dir mal an, weil ich weiß noch nicht mal, ob ich die Karte dabei habe Frank, warte Läuft ja gut, ey Kannst du mir die Rechnung raushauen, oder muss ich irgendwas machen? Nein, nein, ich, äh, ich stelle eine Rechnung Ja, dann hau die Rechnung raus Okay 93, ne, für alle drei, Dinger Äh, genau Einmal ein Menü, einmal ein Menü Genau So, einmal mit Krim bestätigen, bitte Ja, sofort So, du hast es Okay So, ähm, soll ich, äh, geben in Hand, oder soll ich liegen in, äh, Kofferraum? Also, ich glaub, warum wir besser, ne? Aber ich muss mal ganz kurz gucken, ob der Kofferraum Dings ist, ne? Äh, sauber ist, weil du weißt ja, wie das so läuft Okay, ja, 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 keine Probleme Ja, guck mal, ob da noch irgendwelche Sachen drin sind Aber ist mir eh egal, ich will, ich will ja nur Sachen verkaufen Mir ist egal Große Probleme haben wir jetzt, der hat abgeschlossen Ah, okay, okay Ich hab keinen Schlüssel Ich weiß, ob das in meine Hosentaschen passt, das fiel, ne? Ja, so, ähm Ja, ich sag, ein bisschen So, ich, äh, ja, vielleicht kann dir schon mal, äh, geben Die veganen Mettbrätchen So, ich habe geguckt Ah, da kommt der, da kommt der, ja Ah, okay, okay Er macht die Karriere jetzt auch Ja Okay Frank, äh, Frank, sag ich Isaac, du musst Kofferraum aufmachen, damit der, äh, Manki alles beladen kann Ja, hast du? Perfekt Guck Okay, noch mal gucken, ob sauber ist Ja, ja Sicher ist es, ja Das ist, sorry für die Umstände Ah, kein Problem Ja? Na, nur, dass ich, ähm, weil Freund, glaub ich, meinte nicht, dass ich finden Sachen Ja, weil nicht Sachen, die du nicht sehen solltest, am besten Ja, kein Problem So ist, äh, ist, äh, sauber? Ja, ist so Okay, dann ich werde legen Sachen rein Perfekt, danke dir Was passt aber auch noch? Ganz knapp, gell Zack, zack Boah, es passt aber gerade so, eh Okay, und wir haben, äh, Schlitz-Cola, Schlitz-Limo Und nochmal Schlitz-Cola Okay, und den Rest, ja gut Okay Danke dir Danke dir So, kein Problem, äh, ich habe, ich habe geschaut Leider auf, äh, Verpackung von, ähm, geschmierten Brötchen Leider steht drauf, mit Brötchen Aber ist vegan Okay Okay, okay, ich vertraue dir Kein Problem Okay Okay, so, dann wünsche ich einen guten Appetit Danke dir Und, äh, schönen Abend Danke dir Ja, okay Du bist Einzelinhaber, sonst keiner, ne? Nein, nein, ich, äh, bin nur, ähm, äh, wie sagt man, Angestellter Ah, wie geht denn der Land? Äh, ist, ähm, Josef Auch ein Bekannter von dir? Äh, ja Ja Ja, so ist, äh, wie, wie man sagt, äh, Witzwort Ah, cool Bist du, bist du der Frank wenigstens? Nein, ich bin Piotr Ach, Piotr, Entschuldigung So, 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 allen gut, kein Problem So, ganz viele Namen Frank, Josef, Piotr Ja, danke Ja, seid ihr Dings, oder was? Seid ihr mehrere Teilhaber, oder was? Ist ja der alleinige Chef, hat der mehrere Läden Äh, na, ist, äh, ähm, zwei, äh, Chef Ja Äh, und, äh, ja, ist der einzige Laden, glaube ich Okay, okay Dann müssen wir, wo wir hinkommen, ne? Das war sehr, sehr nett mit dir heute Ja, sehr gerne, sehr gerne Dann würden wir einen Abgang machen, wenn du nicht so gerne Ja, gar kein Problem Passen auf, wir gehen Schnee und fahren vorsichtig, bitte Danke dir, Piotr Und dann sehen Jo, ciao Tschüss Alter Ich rach komplett aus, Alter Warum? Warum? Warum ich mich so viel stress? Das hat mir niemand gesagt, dass so viel stress Ich komm nicht damit klar So, ich musste, ich musste das jetzt mal eben ganz kurz hier mal loswerden Ähm Welcher Dödel hat eigentlich von unten Sachen rausgenommen? Warum habe ich eigentlich von unten Brötchen rausgenommen? Sag mal, was war das denn für ein Trick? Das war aber echt die, die ganz andere Taktik, hey Das war aber echt Also so, so eine Taktik muss man sich erstmal überlegen, mein Freund So, und ich muss jetzt gleich mal die Rechnung abschließen Warte mal, das muss ich direkt machen Sonst vergesse ich das wahrscheinlich Noch eins, okay So, dann fummel ich die eben schnell kurz da unten rein Holy shit, aber Leute, das war gerade echt wirklich anstrengend Wer macht denn auch solche Menüs, Alter? So Okay Dann Zack Notizfeld Dö, dö Dö, dö Dö, dö, dö Dö Ich weiß, man muss da jetzt, glaube ich, die Sachen nicht eintragen Aber Tuf geschieße, gell Ähm Mitzahlt, okay Ich kann mal kurz hier Hashtag Hitze tot Alter, das war ich gerade ganz, ganz wild Das war gerade echt anstrengend Alter Falter Oh Gott Mit dem Stress Ne, also natürlich Also ich wusste natürlich Also ich habe ja nicht rausgeguckt Also ich wusste nicht, dass die Dass er dann da auch auf seinen Kumpel wartet, ne Weil sonst wäre das, glaube ich, gar nicht so ein arger Stress gewesen gerade, aber Holy shit, also das war jetzt echt anders So, aber jetzt auch nochmal eben an, an die Anwesenden, die noch nicht teilgenommen haben Wenn ihr Bock habt, an dem Giveaway teilzunehmen, dann schreibt einfach mal Ausrufezeichen Giveaway in den, in den, äh, in den Chat Und, äh, ja, nehmt am Giveaway teil, ganz oft Giveaway gesagt Ähm Ja, ich verlose PC-Spiele Der Bot schreibt ab und zu mal, ähm, ja, so ein paar Beispielnamen von Spielen In den Chat, damit man sieht, was man so gewinnen kann Und, äh, ja, wenn ihr da dran, äh, da Bock drauf habt Dann rein damit Einfach mal Ausrufezeichen Giveaway in den Chat Und dann seid ihr schon mit dabei und könnt ein paar coole Sachen gewinnen Sonst, ähm, müsst ihr da nix, nix dafür machen Und, äh, ja Perfekt, warte mal, ich guck mal, ich guck mal direkt Bist du mit dabei? Bist du bei mir? Yes, sehr gut Swoppy, du bist mit dabei Sehr geil Hallo Hallo Ja, hallo Äh, würden sie immer meinen Schlepper voll tanken? Ah, okay, ja, äh So, so, ich dachte, dass sie auch werden, eine Freundin, die Auserwählten, die, äh, kennen tanken selber So, aber kein Problem, ich komme Ähm Das hat ja damit nichts zu tun, wir haben ja einen Vertrag bei Ihnen Ja, 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 schon richtig, schon richtig Ich kann ja nicht selber tanken Nein, ähm, so, so, manche, manche Firmen können bei uns auch selbst tanken So, deswegen, ich dachte So, ähm, welcher Kraftstoff ich darf tanken, bitte? Diesel Okay So, und, äh, geht auf, äh, Gewerben Ähm LSC Okay Okay, äh, kann ich bitte eben, äh, sehen, äh, Mitarbeiterausweis, bitte? Bitteschön Okay, vielen Dank So, und dann, ich, äh, werde den tanken So, gibt viel zu tun Für, für Abschleppen Es geht So, vor allem bei dem Wetter wahrscheinlich Ja Okay So, aber, äh, morgen, morgen nicht müssen arbeiten, hoffentlich Nee, 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 nee Okay, okay Da bin ich frei Ah, sehr gut Mhm Schon, schon haben, haben, äh, Pläne mit, äh, den Familien? Ja, ja, ich flieg schon zum Festland und verbringe da die Feiertage Ah, sehr schön Sehr schön Äh, ja, so, ich, äh, ja, kommen aus, äh, kommen aus die Polen und, äh, werden auch, äh, fahren zu den, äh, Familien, ja Jo, ist doch schön So, und hoffen, äh, ja, dass, äh, nicht unbedingt ist ähnlichen Wetter wie hier, sondern ein bisschen, ähm, wie man sagt, äh, milder, hoffentlich Das, äh, ja, erhoffe ich mir auch So, ich meine, äh, Schnee haben zu, die Weihnachten ist okay, äh, aber, ähm, ja, nicht haben so kalt Ja So kalt immer, immer bisschen So, okay, äh, Mr. Matt, äh, haben, tanken und, äh, bereits verbuchen So, ähm, alle gut und, äh, wünschen, gute Weiterfahrt Ebenso, ich danke Und schönen Fest Ja, das wünsche ich dir natürlich auch, ne? Danke Man sieht sich Tschüss Alter, der Profi, der Profi So, und genau, was ich sagen wollte Äh, giveaway, da werden die Spiele, äh, werde ich mir dann morgen, früh, morgen Mittag, denke ich mal Ähm, werde ich mir anschauen, wer teilgenommen hat Na, also wir haben um die 50 Keys Ähm, das sind aber insgesamt dann so 47 Spielepakete Na, also manchmal sind's Einzelspiele Manchmal sind's Spiele mit DLCs Wie zum Beispiel Company of Heroes Da ist ein DLC dabei Dann haben wir Duke Nukem mit DLCs Ne, Frostpunk haben wir den Season Pass zum Beispiel Ähm, da sind ja alle möglichen DLCs dabei Also, ja, da ist einiges abzuholen Und, äh, da werde ich morgen dann quasi die Pakete schnüren Und, äh, dann, ja, über Twitch wahrscheinlich Die Dinger verschicken Und, ähm, das Ding ist Wenn natürlich nicht mehr Leute als 47 oder so teilnehmen Dann ist für alle, die teilnehmen, gibt's was abzustauben Und, ähm, ja, wenn mehr Na, dann ist natürlich so, dass Dass manche dann nichts gewinnen Und wenn wir dann natürlich hinterher noch Keys haben Die nicht verlost wurden Die nehmen wir dann quasi wieder mit Und dann gibt's quasi nochmal Dann gibt's nochmal eine Verlosung Weil es ist so, dass quasi pro Verlosung immer nur Eine, ein, oder ein Teilnehmender Wer eine Teilnehmende kann quasi ein Spiel oder ein Spielepaket gewinnen Oder nicht gewinnen Sondern bekommt es dann von mir zugeschickt Ne, rechtlich Ähm, genau Und, ähm, ja Bei der nächsten Verlosung gibt's dann quasi wieder eine Chance Die, ja, denke ich mal Wird auch gar nicht so lange auf sich warten lassen Ne, weil, wie gesagt, nächste Woche Geht's dann weiter Oha Hallo, Piotr hier Ja, Alberto hier Hallo, Piotr Hallo, Alberto Du hast geschrieben, ich soll dich anrufen Wenn ich, äh, wenn ich draußen bin Ja, sehr schön, dass du anrufen Mhm So wie, wie dir geht Oh, mir geht's gut, doch Mir geht's gut, das Gespräch gestern war, war ganz gut mit dir Und hat mich ein bisschen nachträglich gemacht Aber mir geht's gut Oh, äh, ja, nicht, äh, hundertprozentig hören gut an, Alberto Doch, 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 doch Okay, okay Ich freue mich auf Freizeit Ich freue mich auf Freizeit Ah, okay, sehr schön Ja, ich mich auch freuen Und du? Zu arbeiten, ne? Äh, ja, so ich, äh, ja jetzt noch paar Minuten Äh, so bis acht, ich denke, werden arbeiten Ähm, ja, weil nicht, äh, ist so viel los Gerade, ähm, ähm, und, äh, ja, so ich denke, dann, ähm, ja, so dann, ich denke, werden fahren Entweder zu die Café Nura Oder, äh, ja, mal schauen Ja, okay Ja, dann, also ich gehe jetzt kurz zum Lager runter Zu mir Mhm Hol, hol mir die Sachen für heute raus Äh, na, wir brauchen noch ein Kostüm für dich Bist du auch noch mitnehmen Ah, okay Äh, äh, ja Ja, wir gehen als Elfen nämlich Als Zwergen-Elfen Nancy, das will es Genau Und da brauchen wir noch die Klamotten Okay, und, äh, warum kann Piotr nicht kommen als Piotr? Okay Ja, 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 ja Okay, gut Ja, vielen Dank, dass ich auch kommen kann als Piotr Äh, äh, ja, ich muss, warte, ich muss kurz weg hier Da war irgendwie, äh, weiß ich nicht Ich musste weg von meinem Lager Okay, so, Alberto, ich, äh, dann werden, äh, nicht holen, äh, Verkleidung, sondern werden kommen als Piotr Sehr gut, dass wir haben, äh, gesprochen drüber Ja, alles gut, musst du doch nicht machen, alles gut Nein, so, ähm, ja, so, ich, äh, werde denn schauen, wo ich kann, äh, kaufen, diese Das machen wir zusammen nachher Oh, okay, okay Aber ich weiß selber nicht genau, wo das alles ist und so Muss ich auch gucken noch, und wie das heißt und so Das machen wir aber nachher in Ruhe, okay? Wie, wie heißt denn? Ja, diese Klamotten meine ich Ah, okay, okay Ja, ich kann jetzt nicht ins Lager, da ist irgendwie, äh, da sind Menschen, die wollen nicht gestört werden Ah, okay Ja, dann so besser nicht stören Nein, nein, ich bin auch gleich weggefahren Ah, und du telefonieren während Autofahren? Äh, ich bin auf dem Parkplatz jetzt Ah, okay Ah, so, ihr haben, äh, Termin ausgemacht Ja, so ungefähr, das sind, weißt du, das sind so Leute von, ich glaube, das ist eine Gang oder so Ah, so wie ihr, okay Nein, wir sind keine Gang Ja, aber doch haben, haben gesagt, machen kleinen Kriminellen Nein, ich gar nicht Und machen, äh, Bewertungbogen für Automaten Nein, ich gar nicht, ich mach gar nichts Nein, ich mach gar nichts Ich arbeite nur als DJ Mehr mach ich nicht Ich hab mit dem ganzen Zeug nichts zu tun Aber machen Bewertungbogen als, äh, DJ Nein, ich mach das nicht Ich mach das wirklich nicht Okay, okay, aber so gestern, äh, du haben geklungen, als würde denn machen Nein, die anderen Aber du haben geklingen, als wüsst denn du, wovon sprechen Ja, ja, ich weiß, wovon ich spreche Ich weiß, was die machen, aber ich mach das nicht Ah, okay, okay Ja, ich mach das nicht Okay Äh, ja, kein Problem Warum legt er auf? Hä? Einfach aufgelegt Sehr gut, perfekt Hallo, Piotr hier Das war nicht meine Absicht Ah, okay Ja, kein Problem Das war nicht meine Absicht, aber außerdem aufgelegt Ah ja, also ich kenn ihn auch Äh, telefonieren und dann, äh, aus Versehen drücken auf Auflegen Ja, ich kenn ihn Kennst du das nicht, wenn du mit dem Handy so an der Backe bist und irgendwie, ich weiß nicht So, die Backe hättest du erkennt, als Auflegen so an einem Knopf Ah, du hab einen Finger an Backe Ja, ich hab das Handy so, was du mit, ähm, mit einem, mit dem Zeigefinger so an dem Handy so, äh, an die Backe und dann hab ich irgendwie draufgerückt, keine Ahnung Ah, okay, okay Ja, 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 stimmt Sehr gut Äh, ja, so ich, äh, ja, werde jetzt gleich noch, äh, schnell einpacken, äh, bisschen von Essen Hier an der Tankstelle, äh, und dann noch muss sprechen mit meiner Chefin wegen, äh, Einkaufen Ob ich, äh, machen oder ob, äh, sie machen später Ähm Ja, und, äh, ja, ich, äh, dann würden dir noch mehr, äh, schreiben Mhm, ja, können wir machen, alles gut Okay, okay, und, äh, was du, äh, jetzt, äh, machen Äh, ich, ja, ich geh jetzt kurz tanken Und dann versuch ich nochmal in das Lager zu gehen Ich hoffe, dass die Leute da weg sind Ah, ja Damit ich meine Klamotten schon mal holen kann, genau Und dann, ja, schau ich mal Okay Weiß nicht, Leo und so hab ich noch, äh, hast du Leo und Johnny und so schon erreicht, äh, äh, Kasper, ne, Kasper und... Äh, so, ich habe, äh, 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 geschrieben mit, äh, Leo und, ähm, haben kurz, äh, telefoniert Und haben gesagt, dass, äh, Johnny ist, äh, schon an Farm Ah, okay, ja, alles gut, ne, ich dachte, ich hab, ich hab, wie gesagt, du bist die Erste, die ich angerufen hab, jetzt gerade Ah, ja, ja, okay Genau, deswegen dachte ich, vielleicht hast du schon irgendjemanden erreicht, oder so Ja, so, äh, wie, wie ich sagen, mit, äh, ja, ja Okay, ja, dann red du mit deiner Chefin und dann melde dich einfach Okay, gut Okay, alles klar Dann, äh, bis, bis später Ja, tschüss Tschüss Ja, hier, tschüss Tschüss So, ich muss mal kurz schauen Ah, ich hab auch gar nicht die Leitstelle besetzt Naja... Wirst du es hier kurz ändern? Und dass es da nicht drin steht, dass ich das gemacht habe, obwohl ich es nicht gemacht habe. Oder habe ich es gemacht? Warte mal... Okay, ne, habe ich nicht. So, dann würde ich die jetzt kurz anrufen. Wo habe ich die? Wo habe ich die? Habe ich die nicht eingespeichert? Äh, ne, dann glaube ich am besten mal... Okay... 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 Äh, äh... Und wollte fragen wegen Einkaufen? Ah, das mache ich dann. Okay... Okay... Ich wünsche Ihnen Bescheid und, ähm... Ja, so haben wir ein paar Sachen zu essen verkaufen. Und, ähm... Ist alles in Ordnung. Okay... Ich wünsche Ihnen eine schöne Weihnachten. Äh, danke... Ebenso... Ja, ebenso Henrietten. Ja... Dann... Tschüss! Ciao! Oha, was geht? Alter... Hashtag... Ehrenchef! What the fuck? Was geht? Hahaha... Hahaha... Was geht, Alter? Ich hätte gesagt, ne, Alter, du fährst jetzt doch schnell einkaufen, kann doch nicht sein, dass ich jetzt doch jetzt für dich einkaufen gehen muss, wahrscheinlich, wenn ich selbst, ne, hätte ich wahrscheinlich auch nicht gesagt, aber, ne, ist schon cool, also es ist natürlich nicht selbstverständlich, ne, hätte natürlich auch sein können, dass sie sagt, so, du gehst jetzt noch eben einkaufen, zapp, 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 schnell, 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 aber, na gut. So, dann haben wir hier alles, warte mal, ähm, packe tatsächlich jetzt schnell noch die Mütze ins Schließfach, damit die einfach hier bleibt, ne, weil die ist ja von der Arbeit. So, und dann, das habe ich mir ja schon geholt, wollte ich jetzt gerade nochmal kurz gucken, wie viele Melonen wir jetzt haben, 8473, holy shit. Heute haben wir nochmal 490 an den gemacht. Uha, Alter, 1200 haben wir nochmal gemacht, Alter, Alter. Also das ist ja diese, ähm, das normale Gehalt, was wir bekommen, 70 Dollar die Stunde und, äh, dann kriegen wir noch Trinkgeld und sowas. Sagen Sie eben, warte mal, nimm mal kurz kurz gucken, was, was ist denn? Bilanzübersicht, eigene, Trinkgeld, 193 Dollar, holy shit, go, ooooh! Alter, und davor, holy shit, ah, ich habe vorher schon mal 300 Gehalt bekommen, Anteil an Verkäufen, 10 Dollar, Trinkgeld, 290 Dollar. und jetzt haben wir mit der nächsten Ding, haben wir eigentlich einfach auch wieder 193 Dollar, holy shit alter Falter hat jemand zu viel Geld, würde ich sagen, ich glaube es ist Alberto ne, der mir da immer wieder ein bisschen Geld zusteckt ah, das ist eine geile Karre, alter so, ich habe jetzt den Sound ein bisschen runtergestellt, ne, damit hier nicht die nicht alles durch die Gegend fliegt kann aber auch sein, warte mal, warte mal ich glaube ich muss muss glaube ich gerade noch mal ein bisschen ein bisschen lauter stellen zumindest oh, alter alter Falter holy shit da knallst du echt die Bandscheiben raus, hey hehehe so, okay das zischt und knallt, Kollege holy shit so, dann fahren wir mal hier in die Stadt rein alter schon voll geil und die Karre habe ich halt einfach geschenkt bekommen voll geil und ich muss halt echt mal gucken dass ich die andere Karre irgendwie an den Mann bekomme dass ich da halt irgendwie neuanfänger finde, der die haben will weil die jetzt natürlich nicht so der heiße Scheiß ist aber so für den Anfang echt eine geile Karre ist eigentlich aber gucken wir mal ich kann ja später mal sagen den anderen, dass ich ein Auto zu vergeben habe und dass ich ja dann mal irgendeiner melden kann der Interesse hat wenn von den Neuen oben von der Farm noch jemand kein Auto hat und dann holen wir uns jetzt glaube ich mal einen verdienten Kaffee hätte ich jetzt mal gesagt mal schön eben rüber gehen immer schön einen Kaffee gönnen ich muss echt sagen hey, also es ist schon echt cool bei Tankball Frank zu arbeiten am Anfang war natürlich immer so ein bisschen ach, ist schon wieder zu man, warum ist hier immer zu Alter, habt ihr nichts was ist mit euch es ist so schlimm ich kann keinen Kaffee trinken also ich kann schon einen Kaffee trinken aber warum, warum nicht im Spiel warum kann ich nicht einen Kaffee trinken es ist Weihnachtsmarkt warte mal ich kann ja mal gucken ob es auf dem Weihnachtsmarkt Kaffee gibt so, zapp, zapp und da gucken wir mal eben schnell Cheap Shot Coffee Cards was für ein Name einfach was ist das denn für ein Name naja naja hallo kann ich bei Ihnen bekommen einen Kaffee nee, tatsächlich ich leider nicht ah, ok ja dann ich werde dann schauen vielen Dank ok, nicht dafür gute Besuchung hallo, ciao hi hallo wie geht war zu gut und selber ah, kann ich klagen äh kann ich bei euch kaufen einen Kaffee äh Kaffee haben wir nicht nur Energy oder Limonade ha, ok ähm du wissen wo ich hier bekommen kann einen Kaffee äh vorne bei Kaffee Nura ah die haben leider zu deswegen ich bin jetzt hier und gucke hm ok ja hm aber sonst hier geht gut auf Weihnachtsmarkt äh ich bin jetzt gerade gekommen ah, ok ok aber so so allgemein ja, ja ah sehr gut sehr gut so und für 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 morgen schon haben äh planen mit äh Familie nein ich keine Familie habe ah ok hm tut mir leid alles gut so dann aber machen kleinen äh feiern alleine und äh machen machen heißen Kakao und schütteln rein vielen Wodka guck mal da drüben ist der Weihnachtsmarkt so ich bin verwirrt aber er meinte nicht den da oder? er ist doch nicht der Weihnachtsmann Alter, wohl verwirrt. Er wollte mich, glaub ich, einfach loswerden. Naja. Geh mal da los. Geschenke abwohnen und so. Ja, das Wichtigste hat mein... die Geschenke. Und das ist er nato nicht. Hola, Onkel. Meinst du selber nicht? Überraschend. Richtig. Ui. Die Leute außen rum ist auch immer gut. Ja, sonst lecker. Ja, mal gucken, was es gibt. Ich weiß selber nicht. Jonny macht Schweinsbrat, ne Jonny? Ja, so ne Knöde. Krautsalat. Ich muss mir den Bischöp. Warum verbrannt? Weißt du nicht richtig? Äh, ich glaub, er ist nicht so gut auf mich zu sprechen. Aber keine Ahnung, Alter. Boah, ganz glücklich war auch bei mir. Okay. Äh, wir sind in Harmony bei, was? Und kaufen die Renntieren. Weil die rennen. Und kaufen die Renntieren. Also kommen zu die Armonie. Komm, hau raus, Alter. Sag's euch, komm oder nicht? Komm, hau raus, Alter. Hm. Mensch, würdest du denn gerne einen Kaffee kaufen? Kaffee trinken. Weil ich jetzt so viel über Kaffee geredet habe, würde ich jetzt auch gerne wirklich einen Kaffee trinken. Ich würde jetzt gerne wirklich einen Kaffee trinken. Aber ich kann da so schlecht laufen. Aber ich kann da so schlecht laufen. Wie? Äh, warum? Watt, 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 watt. Watt, 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 watt? Watt, watt, watt. Watt, watt, watt. Was ist noch hier oben, oder nicht? Ah, ne, hier. Binko. Vorher waren die hier, oder was? Vorher waren die hier, oder was? Ja, okay. Okay, dann wollen wir mal. Oh, da werden eine fahrene Mutter ausgemacht, sehr gut, ich würde eigentlich nach hinten gucken. So, dann fahren wir mal hoch, dann werden wir uns mal ein bisschen neu einkleiden, denke ich, also, wir wollen ja gleich mal so ein bisschen gucken, dass wir ein bisschen unterwegs sind und dafür werden jetzt gleich noch Kostüme gekauft, beziehungsweise so Elfen-Rentier-Zeugs und so. Nicht Rentier, sondern Rentier natürlich. Wie schreibt man eigentlich Rentier? Ist es dann auch trotzdem mit Doppel-N? Fragen über Fragen, die man sich so im Stream stellt. Wie schreibt man eigentlich Rentier? Rentier natürlich. Was heißt jetzt mit diesem Rentier eher? Stimmt, ich hätte einfach dadurch fahren können. Boah, aber hier ist jetzt, hier liegt es nicht mehr so. Okay, 100 wäre die Karre maximal. Ja gut, damit hätte ich gestern kein Rennen fahren können. Alberto, seine Karre fährt 120. Und hier fährt 107. Das wäre in der Zukunft ausgegangen. Hätten wir ziemlich kassiert gestern. Aber ich bin ja schon mal mit seiner Karre gefahren und ich weiß ja, wie schnell die fährt. Und deswegen war dann schon in Ordnung. So, dann fahren wir jetzt mal, wie gesagt, da hin und gucken wir mal, dass wir irgendwas finden. Also ich werde jetzt nicht Rentier oder so oder irgendein Zwerg, sondern ich würde dann schon irgendwie irgendwas Kirmiges oder so nehmen. Aber die Karre beschleunigt schnell. Das ist geil. Also ich würde dann gerne auszahlen. Ich würde dann gerne auszahlen. Ich würde dann gerne auszahlen. Hallo, Piotr. Hallo. Der erste normale Anschluss hat mich getroffen. Ich bin halt bei einem Umschlein. Hallo. So, aber ich jetzt nicht wissen, wer Johnny und wer Leo. Johnny ist der kleinere. Ich weiß, er auch. So, warte mal. Ich drehe mich mal für dich so. Okay, funktioniert nicht. Du musst noch wieder mal. Ja. Ich habe keine Ahnung. Ich verstehe es selber nicht. Ich dachte, es ist das 1. April. Keine Ahnung. Scheiße, man hört das gar nicht im Stream. Gibt es vielleicht eine gelbe Brille? Das wäre halt auch geil, oder? Scheiße, ich habe jetzt gerade geflüstert. Mist, das wird müssen wir nicht. Darüber ruft mich jemand. Schwarz oder pink? Oder pink? Warte mal. So, man kann hier kaufen diesen Weihnacht-Outfit. Ja. Oder war das beim anderen? Ich bin mir gerade nicht mehr sicher. Ja, Alberto, Johnny, Philipp, wo haben wir das gekauft? Hier? Ich glaube, ich zumindest hat das vorhin gebetreifend. Was ist das Weihnacht-Outfit? Hier, ja, hier, ja. Okay. Also, was wirst du machen? Wirst du Elfe oder wem hier? Da war nur eine bei ohne Gläser. Die gibt es doch meistens immer Kneipen-Farren. Wenn du Maske willst, du musst mir einen Maskenladen nachher kaufen. Dann brauchst du keine Mütze anziehen. Hier gibt es. Ah, okay, okay. Okay, okay, okay. Und die Hose? Also, fang mal oben an. Fangen wir oben an bei Pulli. Oberteil heißt Chamäleon. Aber ich weiß nicht genau, wo das ist. An welchem Ort. Warte, ich schaue. Okay. So, ich habe ein Outfit. Ich glaube, das war bei Kostüm. Ich habe ein paar Millionen. Ah, ja, okay. Und dann Chameleon. Und da dann die Nummer 11. Gibt es die vielleicht auch ein Gate? Nee. Weider nicht. So, ich glaube, sie sehen mich hier. Weihnachtsmann. Na, dann mach Weihnachtsmann. Aber das wird kalt, ohne T-Shirt. Ja, kein Problem. Dann, ich glaube, Hosen. Hosen. Oh, nein, das ist ein Besser. So, ich bin bester Weihnachtsmann. Wer will haben Geschenken, muss fassen Ansack. Ich nicht. Und wer war nicht artig, bekommen Schlag mit Rute. Weil ich weiß nicht, ob ich den ganzen Tag an diesen Hurraking-Dinger laufen kann. Wo macht der Meister? Super. Willst du nachher so auch runtergehen in die Kanna? Nein. Nein, da gehen wir doch mit unseren Outfits hin. Ich dachte nur. Wie gesagt, ich lasse mich heute überwaschen über alles hier. Gibt es meine Schuhe hier gar nicht? Die nehme ich als Wechselschuhe mit. Die sind gut. Ich nehme doch deine normalen. Nein, die sind blau. Blaues Kacke. Außerdem hast du mir so viel Geld gegeben. Willst du das Rest eigentlich wiederhaben? Das restliche Geld? Nein, das ist für den Charme dann als groß. Mich stört das nicht. Alles gut. Ich habe kein Problem mit. Wir müssen aber noch zum Frisera. Sind ja hier aus Outfits. Was macht der überhaupt Käpt'n Weihnachtsmann warten. Haare werden. Das zweite Mal in meinem Leben. Ich lasse es. Haare färben. Haare färben. Ja, wenn schon, dann machen wir es jetzt richtig. Ich färde mich hier ja wieder zurück. Das ist ja nur für heute. Alles gut. Wie gut ist das denn? Das ist ja nur für heute. Holy shit. Wie geil ist das denn, Mann? Dann kann ich gleich mal gucken, ob ich die Hose auch habe. Ja, bitte. Die Hose, also die finde ich aber cool, muss ich sagen. Also ich bin irgendwie so neidisch. Die ganze Kombination, die Hose, die Leggings, zwischen den Pullover, das passt halt alles. Bei mir ist das so durcheinander. Ich will jetzt auch haben. Ich wüsste aber, das ist, ja. Nicht diese Schlafwand zu groß, ne? Ne, ne. Vielleicht ist die ja woanders, zufällig. Also haben schön ausgesucht und dann haben nicht genug Geblatze in meinen Taschen. Piotrin, warum passt das fast zu dir? Das ist komisch. Hey, so ich seh nun mal aus. Ja, das ist perfekt. Ich weiß aber nicht, ob ich Geschenke von dir annehmen würde. Ich bin mir nicht so sicher. Tatsächlich. Ja, wie ich hab ein Sagen. Aber ich glaube, ich lehne dankend ab. Okay. Man, schade, Johnny. Ich befürchte, es gibt die tatsächlich nicht. Mir kommt die so bekannt vor. Es kann sein, dass es vielleicht doch so ist. Kann ja auch sein, dass es beim anderen Daten ist. Auch beim Suburban dann. So, ich brauche ein bisschen Platz in Taschen. So ein Mettbrüttchen. Es ist ein... Wo hattest du das? Wo? Nein, nicht fragen. Oh mein Gott, okay. Das schmeckt noch gut. Ich probier's. Oh, lecker. Oh, ich hab da Haar, mein... Vielleicht kann sein, dass... Besonders nach Zwiebel. Ja, das ist gut, ja. Oh, wie gut. Oh, wie gut einfach. Wie gut einfach. Holy shit. Bei einer Zwei färb ich mir die Haare pink. Warte mal, dann kaufen wir... Das hier schon mal. Bei einer Vier färb ich mir die Haare blau. Okay, gut. Das nimmt nur einen Platz ein. Okay, gut. Ich hatte halt einfach nur abartig... Bei einer Vier färb ich die komplett gelb. Und... Was hatten wir? Caps? Oh mein Gott, das ist gut. Das Glück ist auf meiner Seite. Perfekt. Also entscheidest du. Wow. Okay, das hier packen wir noch ein. Und dann haben wir noch... Oh Mann, es ist... Es ist so schlimm. Es sieht so schlimm aus einfach. Ich schau mich um. Es sieht einfach so schlimm aus. Hä, wieso ist was das denn? Bild. Schlimm aus einfach. Ah. Ähm. Okay, die hat er direkt angezogen. Scheiße, aber jetzt habe ich keinen. So, okay. So, ich brauche mehr Platz. Ich habe... Danke. Gib mir ruhig alles drüber. Das ist kein Problem. Ich nehme es. Hm. Oh. Ich habe gerade kurz gedacht, er könnte zur Familie gehören. Ah, da fehlt das Muster. Ja, das Muster fehlt, ne? Aber die Behaarung ist schon mal da. Okay. Mhm. Okay. Ja, so könnte werden mal ein neues Deal, ich glaube. Hm. Ich bin ein bisschen frisch oben rum, aber perfekt. Das passt alles easy. Hallo, kleinen, kleinen Mädchen wollen kommen mit nach Hause. Oh, nein. Das ist ganz schlimm. Na, oh Gott. Oh Gott. Es kam einfach so raus. Das ist das Outfit. Es ist das Outfit. Es hat Kontrolle von mir übernommen. Das ist ein bisschen frisch oben rum, oder? Aber warte mal, wolltest du nicht das Wichtelkostüm kaufen? Ich? Ja, oder willst du kein Wichtel sein nachher? Wir wollen doch in die Kanalisation. Ja, so, aber ich, äh, bin, äh, äh, die Weihnachtsmann. Ja, aber dann brauchst du noch... Ja, aber dann brauchst du noch... Ja, das ist okay, aber dann brauchst du noch die Weihnachtsmaske, sonst passt das nicht. Ja, so, dann, äh, wollten wir... Aber wir kämpfen Weihnachtsmann, die brauchst du definitiv, sonst geht das gar nicht. Ja, äh, so, wir nicht fahren zum Maskenladen noch. Wir fahren jetzt wirklich extra zum Maskenladen. Ah, okay. Wollen wir vielleicht mit einem Auto weiterfahren? Wollen wir vielleicht mit einem Auto weiterfahren? 6x6? Ähm. Ihr könnt ja die Autos auf die Farm bringen. Und dann fahren wir mit einem. Aber wir sind nicht mehr als 6. Nein, 2, 4, 5. Ja, nein, nicht jetzt. Aber später. Ja, später, weiß ich, das zauert doch noch ein bisschen. Kesper kommt ja erst gegen halb 10. Hm. Das heißt, wir können jetzt theoretisch einfach uns drum kümmern, dass wir die Maske für Piotr kriegen, dass wir zum Maskenladen fahren. Oh, 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 oh. Ja, 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 okay. Du siehst komisch aus. So anders. Alberto sieht aus wie die, ähm, Ding von Deutschland. Äh, Bushido. Das ist halt ungewohnt, ne? Wieso kennt man sich halt nicht? Ich suche irgendwas. Oha. Ich brauche auch die Pijama-Party. Ja, wenn wir eine Pijama-Party machen. Draußen? Ja. Geil. Aber du hast kein Pijama an. Ohne die Schuhe geht das auch durch. Als Pijama. Nein, dann, dann sei einfach nur kalt. Tja, siehst du? Pijama. Ich brauche nämlich auch Klamotten mal wieder zur Abwechslung. Ich kann nicht immer es gleich tragen. Wenn wir hier schon hier sind und... Die Aue zieht dich an wie, 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 wie wir. Aber das war ein Erkennungsmerkmal. So, wenn du jetzt haben, andere Klamotten, dann dich nicht mehr werden erkennen können. Ja. Ja, sein Aufwertung, Leo. Was? Ich finde das super. Oh, du seien komplett neue Menschen. Trinken to go. Geil. Mir fällt nichts ein, was wir hier machen können. Guck mal, ein Einhorn. Lass in Zeit, Alberto. Ja, ich trau mich nicht, Johnny zu fragen. Das ist einhorn war schon gut. Lass in Zeit, Alberto. Kein Problem. Ja, Johnny. Das ist perfekt. Sieh dich einfach an wie wir. Ich finde das super. Na komm, dann mach mal, Johnny. Mach's euch anziehen. Er kann jedenfalls betragen. Oh mein Gott. Ja, das hab ich nämlich auch gerade gedacht. Also, als erstes, der Pullover mit dem Einhorn, oder was das war? Ja, Mann. Okay, warte. Da. Okay. Und dann? Dann guck mal nach der Designer, was war denn das? Designer Schlafhose? Äh, Schlafhose. Schlafanzug. Designer Schlafanzug, ja. Mal gucken, was dein Papi zu deinem Pullover passt. Ich wollte gerade sagen, das ging ja so nicht schlecht. Du bist da das? Okay. Okay. Zehn. Warte. Okay. Zehn. Gut, so bin ich auch geil. Ich glaube, hier gibt es keine wirklichen Schuhe. Äh, so. Ja, bitte, bitte, nimm die in Gelb. Finde ich super. Die? Ja. Oh Mann, die gibst du schon. Oh ja, sehr schön. Hahaha. Gib mir einfach ein Pink. Oh mein Gott, geil. Möchtest du die tragen? Nein. Nein, nein, nein. Bitte nicht. Oh, die finde ich super. Du hast sogar noch Säckchen an, ist doch super. Ja, da gibt es nur noch Boots. Ja, okay, hier gibt es keine Schuhe mehr. Aber die, die du anhabst? Ja, die reichen eigentlich schon. Sicher? Ja, aber ich glaube, meine ist auch nicht so gelb. Dann die. Ich habe die gelb, warte mal, die gelbsten, gelbsten. Die gelbsten. Die gelbsten. Gelb. Okay, was noch? Das war's. Das war's. Okay. Dann. Aber warte mal schon, warum muss ich mir die Haare eigentlich färben und du nicht? Weil normalerweise ich meine Mütze trage, die schwarz ist, aber ich die jetzt im Auto vergessen habe. Genauso wie meine Arbeitskleidung. Wenn mich jetzt jemand anruft, müssen wir nochmal kurz zur Dame fahren. Aber keine Sorge, aber deine Haare werden auch, also nicht komplett leuchten pink. Lass dich, ich lass dich machen, das passt schon. Dann, ja. Ich geb dir mir ganz kurz was rüber. Dabei. Ach du Scheiße. Okay. Ach so, ja, mein Schall mache ich gleich weg. Man kann's auch anbehalten. Gegen oben das Größte. Nee, nee, alles. So, fahr dann zu die Maske laden. Ja. Oder? Ja, 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 doch, ja, doch, 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 doch. Oha. Sehr schön. Ich fühl mich, ich fühl mich. Ich fühl mich, ich fühl mich. Mach er noch mal. Stimmt, da kommt ja ein Zaun. Ei, 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 da kommt ja ein Zaun. da kommt ja ein zaun holy shit da hab ich nicht mehr dran gedacht warum mach ich jetzt auch gerade wenn das dann noch passt nachdem meine 10.000 sachen da drin sind habe die haben oh alberto schön hinten drauf viel spaß ist schon weit hoch sollen wir den helm kaufen vielleicht kann johnny sein hier online oder so am ende sind da seine zähne drinnen oh mein gott mein zahn stimmt oh mein gott mein kopf schmelzen nein ja alberton ich glaube das war nicht gut dass wir hinten drauf sind naja gut das muss ich mir noch das muss ich mir alles hochschreiben guffi guffi in rot ja der war schön und hat die irgendeinen name bei dir deine leggings oh mein gott warte äh lagerfield designer einfach eine lagerfield designer leggings so so achja ich trage nur das gute zeug an mir naja das gute teure ja gut und teuer ja ist nur safe safe ok bei einer 2 gebe ich johnny 100 dollar oh mein gott bei einer 1 ich pio 300 dollar oh mein gott bei einer 4 kriegt philip 100 dollar oh wow ja ja gut oh das war dann so nicht geplant ich würfe nochmal hahaha nein das ist äh ich gebe ihm die 100 dollar oh ich muss nur mal wissen wo du sitzt tatsächlich äh hinten rechts hinten rechts wenn deiner zu ruf mich hier um zu gucken gerade aber hinter dir da können auch geben mir keinem problem ne 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 das wäre ja das wäre ja schon mal bitteschön ja ich sehe nur johnny's Geld hahaha hahaha pasche pasche hallo 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 war dann du eben kurz für kleinen löwen in wald ja ja kurz pb gemacht da hinten ah ok ich hab so einen gelben streifen da hinten hinterlassen solange es nicht schon wieder auf der farm war gegen einen Baum ist okay ja wenn ich auf der farm bin wo soll ich denn sonst auf die Toilette gehen wir haben einen Haus und eine Steune wo Toiletten sind ja ein bisschen doch in der Natur das Ding ist irgendwo in dem Busch weißt du schläft Jordan so wenn du dann da rumpinkelst wie so ein Irrer pinkel zu dem nachher noch auf den Kopf aber vielleicht gefällt oh mein Gott ich glaube nicht aber ich bin ich bin warum werde noch habe ich nicht mitbekommen oha wirst du was erzählen wirst du was erzählen wirst du machen pinkelparty ich glaube auch hallo mein name Alberto kommen alle zu fahren machen pinkelparty pinkeln in Busch und wer pinkeln auf Freund in Busch gewinnen 100 Dollar 50 Dollar Strafe oder Boxkampf gegen Leo dauer oh ja oh mein Gott was tankt er ich tanke ok toll Johnny muss ich auch nochmal kurz nachgucken Friesel oh Friesel ich hätte auch tanken können so den Tankrüssel da rein Don't need to cry on your face on your love gehen wir jetzt zum Friseur ja ja und was machst du für Haare ich weiß es nicht das entscheidet Johnny Johnny was macht sie für Haare er darf alles ändern Frisur und Farbe wie er will ist mir egal ach du ok oh das wird zu gut aussehen das kann ich auch machen Johnny oh da könnte man gucken ja ja dann mach heute ist ein Tag vor Weihnachten passt schon ja ich bin Weihnachtsgeschenk ha 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 Ich glaube, ich nehme mal eben ganz kurz was zum Umwerfen holen. Umwerfen. So, und da sind wir wieder. Danke. So, und da sind wir wieder. So, und da sind wir wieder. Ja, also Johnny, du entscheidest. Du kannst bei wenig auch die Person entscheiden. Nee, nee, mach ruhig weiter. Hä? Brasil. Nein. Er sahen aus wie Indianer. Ja. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich glaube, da kann man auch krasse Farben machen. Alter, nee. Wie sahen die von hinten aus? Warte. Ich dachte, das verschwimmt so ein bisschen. Ey, ihr habt ja wahnsinnig viele Frisuren. Verschwimmen. Alberto, du wolltest auch ausprobieren, Frauen-Frisuren. Ich will die. So, jetzt darfst du eine Farbe machen. Also, Grundfarbe. Grundfarbe müsste die Primärfarbe von dem Pulli sein, also irgendwas ein Plus. Das ist, warte mal, dann muss ich das, äh, warte mal. Das ist halt nicht komplett schwarz, sondern eher so ein helles Schwarz. So. Das wäre schwarz. Das ist noch ein dick heller. Eher aussehen wie grau. Ja, noch ein dick heller. Ja, noch ein dick heller. Das hat schon wieder Farbe drin. Okay, jetzt sind wir bei braun. Oh, perfekt. Echt jetzt? Okay. Perfekt. Aber es kann auch sein, dass es nur wegen der, ja, anderen, egal. Dann gucken wir mal, ob die andere, und die andere müsste halt pink sein. Pink? Äh, ja. Ach du, scheiße. Das wird halt, ja. Haben Augen, schade. Och, schade. Ich glaube, da ist die Frisur vielleicht scheiße für, Mann. Warte mal. Ja, warte, warte, warte. Ich dachte vielleicht andersrum, ey. Sieht ein bisschen aus wie ein Einhorn, gell? Also, nicht die Frau an sich, aber so die Haare irgendwie. Warte mal, jetzt hast du überall lila oder pinke Strähnchen. Kannst du das pink noch ein bisschen dunkler machen? Und dann wird's immer... Oh, das ist so kompliziert, ne? Nee. Ah, schade. Irgendwie nur heller. Ja, dann kannst du es so lassen. Echt jetzt? Dann brauchst du da jetzt kein Geld verschwenden. Aber mein Plan war halt eigentlich, dass du so einen Farbverlauf in der Frisur hast. Ja, warte mal, ich gucke jetzt mal. Alles durch ist mir egal. Also, blau-lila, ja, wieso nicht schlecht das? Ja, nee, jetzt nicht zu deinem Outfit passend, aber so generell. Ach, Mann. Was ich wollte fragen, können vielleicht Bambi, wo brauchen Auto? Nee, momentan keine. Okay, weil ich habe ein Auto zu verschenken. Ja, behalte es, vielleicht finden wir irgendwann mal wieder einen Bambi. Oder du findest vielleicht mal einen Bambi oder so. Okay. Krasses Grün. Okay. 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 Das hier mit dem Ton ist echt ein bisschen bescheiden. Ich sitze echt nichts dabei. Oh Mann. Jetzt war ich mal bereit, meine Haare zu färben. Oh Mann. Okay, aber wenn du einmal nur das Graue nimmst, bist du vielleicht so... Du siehst aus wie eine Oma. Oh ja, wie alt, ey. Was ist denn Spaß? Das ist jetzt komplett schwarz. Ich weiß nicht, ich glaube, da lass es am besten einfach rot. Ich will nicht. Warte, ich guck mal gerade. Kann ich hier noch irgendwas einstellen? Oh, schade, ey, dass wir einfach... Okay, was ist denn mit dem? Mit einem dunkleren Pink oder Lila, Magenta? Magenta, Lila. Hm, ich weiß nicht. Letztendlich musst du es noch entscheiden. Ja, aber es geht ja nicht mit der Frise. Nee, also leider gibt es da gerade nicht so... Nicht so die Möglichkeit. Oh, warte mal, ob das mit der vielleicht geht. Warte mal, warte mal. Du wolltest schwarz und pinke Sträh? Ja, ja, mehr so ein Grau. Also du kannst auch Pink machen mit grauem Verlauf oder grau mit pinkem Verlauf. Das würde doch schon besser gehen, oder? Das sieht gut aus... Oh, da sind sogar die Strähnen. Ja. Ich glaube, mit der wäre das besser. Also die würde ich bezahlen. Die? Ja. Mit dem Pink oder lieber ein anderes? Nee, das Pink war gut. Das passt zu den Flecken. Ja, dann nehmen wir das doch. Passt, nehmen wir. Ist gekauft? Gebonkt? Hallo. Das ist nicht der Wahnsinn einfach. Dass alles so gut perfekt zusammenfasst. Ich würde es in meinen Augen. Ich bin so anders. Ich bin so anders. Du bräuchte eigentlich nur... Du kannst alles entscheiden. Nein, ich bin fast schon. Ich mache mal eine Sonntrolle mehr. Du bräuchte es theoretisch. Mein Outfit ist halt sehr blau. Was ist mit weißen Haaren und blauen... Ich glaube, Johnny wird Modeberater. Achso, ja. Achso, der kann ich ja selber gucken. Demnächst. Wir vielleicht haben gelernt bei... Die Blumengestecke bei Blumenladen. Ja, ich glaube auch so ein bisschen. Danke fürs Metbrötchen. Ey, Elberte, mach mal was langes, bitte. Ich möchte mal sehen, bitte. Ja, bisschen was langes. Elberte, mach mal was langes. Wir wollen mal was sehen. Ja, nicht so lang. Das ist an dir. Oh, Shen. Oh, Jesus. Oh, mein Gott. Oh, Mann. Ey, was Haare so ausmachen, dann wäre mir das gleich ein anderer Mensch. Wahnsinn. Oh, mein Gott. Ey, so eine Scheiß-Visuren. Warte, geh mal zurück. Dreh. Okay, warte mal. Ich muss kurz... Wir wollten ja mal was anderes. Dann darfst du ja eigentlich auch nicht... Ja, vielleicht, wenn du die mit einem guten Farbverlauf oder so... Ja, sag's an. Ja, was hattest du gesagt, Johnny? Welche Farbe? Weiß und Blau. Ja, dann mach mal. Mix mal ein bisschen rum, na. Versuch mal irgendwie. Ob da irgendwie schöne Strähnchen reingehen oder so. Nicht wirklich. Schade. Nee, dann ist die blöd. Ah, hier die Johnny gerade hat. Welche Hälfte? Ja, da sind doch Strähnchen. Ja, das sind die da. Uff. Boah. Okay, warte. Oh, ja. Die da? Ja, ich glaube, die hat Casper auch, aber egal. Andersrum oder so. Oder die da? Ja, muss mehr Blau, das ist viel zu wenig Blau. Dann muss ich andersrum. Sekunde. Oh Mann, ja. Wild. Oh, das sieht echt nicht schlecht aus. Espa? Bist du's? Wow. Espa? Hallo? Ist jetzt weiß und blau, ja? Nein. Hauptfall ist Blau. Und weiße Strähnchen. Andersrum, ja, sieht man das Blau nicht schon. Wir sehen richtig gut aus. Betonung liegen auf richtig. Ist ja nur für heute. Also, die Frisur oder? Ja, ich finde die gut. Also, ich finde die gut, wenn man halt die Strähnchen so gut sieht, ne? Andersrum da wieder Blau-Weiß? Ja, safe. Doch, doch. Andersrum. Vielleicht ein helleres Blau, keine Ahnung. Oder das Dunkere. Ja, ja. Also, würde ich sagen, Johnny entscheidet mich nicht. Oh Mann. Naja, ich wollte schon sagen, das machst du. Machst du das? Ja, Entschuldigung, nee. Ja, Johnny, mach das. Nee, das hat alles gepasst. Ja, ja. Was ist denn? Okay. Das war wirklich, das war echt gemeint. Oh Mann. Den Bart einfärben. Oh mein Gott. Warte mal, sollen wir doch mal zum Thema... Ähm, okay, warte mal. Oh mein Gott, nicht. Oh mein Gott. Wo sind meine Augenbrauen hin? Oh mein Gott, was ist mit meinen Augenbrauen passiert? Sind jetzt in Haaren. Äh. Warte mal, war die gerade auch so? Oh mein Gott, was ist mit meinen Augenbrauen passiert? Was ist zur Hölle? Vielleicht der Friseur haben abrasiert. Ich glaube auch. Schwupps weg. Was für ein Bart. Oh mein Gott, was ist mit meinen Augenbrauen passiert? Was kannst du eigentlich so lassen? Okay, ich hab das nur gespannt. Ah, ich bin jetzt super. Das sieht ja keiner. Oh mein Gott. Ja, da musst du ihn zeigen. Oh, schau die Beine an. Nee, lass mal nicht. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Wollten fragen, wann Pizza fertig? Ich brauch noch einen Moment. Ich brauch noch einen Moment. Okay. Oh mein Gott. Ah, du sehen aus wie Wurst. Conchita Wurst. Hahaha. Hahaha. Anders, einfach anders. Oder vielleicht auch aussehen wie Pirat. Ja. Aber du hast gepackt deinen Motorrad. Hahaha. Hahaha. Oh Mann, nee, 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 nee. Oh, ich lass es lieber, sonst komm ich auf dumme Ideen. Nee, nee. Ich hab mir schon mal so ein Schnurrbart angeklebt. Das war nicht gut. Mhm. Du weißt, im Endeffekt hatte ich ein Foto damit in meiner Akte bei der Polizei. So ein scheiß Schnurrbart, ey. Nee, nee. Sehr gut. Es war sehr unangenehm. Hahaha. 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 Hallo. Oh. Was denn? Ein Bart. Ja, das muss Johnny dir sagen. Ja, ich weiß. Johnny macht aber irgendwie. Johnny. Dein hat auch gut aus. Den musst du gar nicht hören. Ach, du wirst... Was? Ja, lass ihn, wie er ist. Nee, ich will nicht. Ja, wieso? Ich bin eigentlich hauptsächlich und kann auch noch Motten. Egal. Ja, wenn wir schon hier sind. Wenn wir doch schon hier sind. Okay. So, auch wollen nur oder kurz gucken. Oh, wenigstens meine Sonnenbrille. Ups. Hm, 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 hm. Wolltest du dich jetzt ausziehen? Was passiert denn? Ja, tatsächlich, weil ich, äh, du hast, äh, ja. Ja, mhm. Ja, mhm. Äh, ja, hier gleich beginnen, äh, Show. Äh, nein, nein, noch nicht. Du darfst dich noch nicht umziehen. Erst brauchst du deine Maske. Passt sonst nicht. Doch. Nein. Okay, dann zieh ich mich um. Oh, nein, ist kein Platz mehr im Auto. Oh, nein. Nein. Ich erst muss ein Trinken. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Ich finde, wir machen dieses Auto so echt. Also, sie tut halt so schön aus von hinten so gerade. Also, ne? Da ist es wunderschön. Oh. Ja, es ist wunderschön. Okay, Piotr zieht sich aus. Oh mein Gott. Guck nicht hin. Guck nicht hin. Ja, geht schlecht, wenn er vorne nicht geht. Oh mein Gott, wir müssen zu fast. Oh Gott. Ne, ich mach's nicht kaum. Ja, er braucht diese geile... Es gibt doch so eine coole Weihnachtsmann-Maske. Ja, ja, bitte. Komm, der kippt Weihnachtsmann. Ja, Mann. Das ist für mich. Oh, haben sie sich ausgegraben? Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Wie soll ich sein, äh, Shane? Äh, du solltest besser einsteigen. Guck mal, wir sehen auch Shane. Oh, Shane. Ähh, mhm, hmmm, 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 hmm. ja okay ah ja das waren machen wir sind über anderen dann kommen karte war wo sein alles so seinen guten freunde ok machen kurzen absteig gerne zu blüten zauber ich hätte nicht gedacht dass ich heute rausgehen dann so umgestellte könnte man ganz kurz unter die augenreden wenn das hier zu mars gesucht ja 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 okay ja ja alles geil ja 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 Hallo, hier ist ein Weihnachtsmann. Wie geht's? Alberto, komm, steigen Eiern. Kommen zu die Weihnachtsmann. Ah, okay, mach einen Zaubertrick. Was? Äh. Hallo? Hallo? Als Vollgas. Warte, komm. Kurz, 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 kurz. Oh mein Gott. Ah, ha, 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 ha. So, besser? Nein. Joch. Aber, Alberto, warum du hauen blauen Haare? Oh, oh. Ah, okay Achtung, Johnny, muss halt aufpassen Auf Ampel, oh, war knapp Oh, okay Ah, Johnny, wir müssen vielleicht noch fahren tanken Hier links entfahren Ah, ja, okay Wir hier können tanken Okay, soll ich gehen tanken, schnell Okay Okay Was tankst du? Ja, ja Okay Ja, so, Alberto, du noch sitzen auf Auto? Okay Okay, so Oh, jetzt sind wir wieder am Strand Okay Alberto, allen gut Johnny, fahr los! Ja, wohin denn? Wollen los jetzt! Ja, wohin denn? Ah, hab ihn gerade getankt Jetzt, du fahr'n los! Hab ihn schnüffeln an der Zappsäule So, und jetzt war der Blütenzauber Ah, okay Ah, okay Ah, ha, 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 ha Hallo! Hey! Ja, hier können wir halten Okay, ich danke Hey! Hey! Achtung, ich steck aus. Wo geht denn jetzt Pinkel? Hier im Gebich. Aber auch vielleicht liegt ein Freund im Gebich. Vorhin, wer hat denn ein Gespräch über Pinkeln im Gebich? Johnny, kannst du die anderen auch kaputt machen? Da ist voll viel Geld hier jetzt, oh mein Gott. Ich sehe kommen, Alberto werden überfahren. Los, schneller sammeln auf! Mein Schatz! Was ist los mit dir? Lass mich in Ruhe. Ich habe sagen, aufsammeln. Los, jetzt brauchen wir Geld für Geschenke. Lass mich. Geh weg, geh weg. Geh weg. Geh weg. Aufsammelt. Nein. Aufsammelt. Ich habe schon gesammelt. Geh weg. Dann geben für Geschenke. Hier. Okay, danke. Okay. Ich habe schon. Hier. Ich habe schon gesammelt. Ich muss das mal sch전, ich kann euch etwas sagen. Ich bin jaş. Die Hände nicht besser. Oh, nee. Musst du echt springfuschen, ey. So, jemand, äh, müssten fahren. So, fahren los. So, fahren, decken, linken, bitte. Hier, danke. Äh, dann fahren, rechten, bitte. Ah, vielen Dank. Bitte wenden. Wohin gehen wir jetzt? Gehen wir zu, geh, 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 geh. Stopp, stopp, stopp. Hey, heute ist doch, heute ist doch zu Weihnachtsmarkt. Ja. Auf zu Weihnachtsmarkt. Wieso nicht? Ja, Blütenzauber. Ja. Los, fahren zu Weihnachtsmarkt. Hahaha. Ich meine, ich kann mich da haben, aber ich kann da nicht rauf gehen. Nein. Wir machen was zusammen. Ich dachte, du darfst, er kann es dahin. Ich habe jetzt extra gefragt, aber ich kann mir vorstellen, dass wenn ich da bin, die sich verpissen. Hä, aber warte mal, du bist ja privat da. Vielleicht bin ich mir trotzdem eingestempelt. Ich habe denen ja auch gesagt, wenn im Grunde was bei unserem Standort will, dann sollen die mich anrufen. Ja, okay. Das Ding ist, hat Tom gestern irgendwas gesagt, wann er da ist heute? Weiß das einer? Was denn? Ob Tom irgendwas gesagt hat, wann er heute kommt? Ähm, nee, tatsächlich nicht. Er kommt, aber ich weiß nicht wann. Weil im Grunde warten wir ja nur auf die beiden. Und Kessler meint ja gegen halb zehn, das ist jetzt ja schon bald und Tom, keine Ahnung. Was machst du jetzt hier? Guck mal auf. Oh Gott, Johnny, Alter. Was? Guck mal auf da rein, du. Ähm. Oh, wir können doch mal Tiki Lala, hat die heute auf? Ich weiß nicht, ich gehe einfach veranfachen. Ja, warum hat nur nicht geklappt gestern? Warum? Hm. Weiß ich auch nicht. Ja, okay. Weil jemand hat gesagt, los, lass gehen und wir nicht gegangen. Ja, weil wir noch hätte nicht konnten. Ja, warum nicht? Boxen war noch. Oh, weil die Boxen? Hä, das ist doch egal. Nein, nein. Das war nicht egal. Hä? Ich und Dingsen wollten uns boxen, da habt ihr ja also einen Titel. Ja und Kessler wollte ja mitkommen. Nein, Kessler wollte ja mitkommen. Ja, wieso ist er denn nicht? Hä? Woll das Ding da jetzt losgedreht, ne he? Alles gut. Nein, alles gut. Alles gut, alles gut. Ich hätte doch einfach was sagen müssen, mein Gott. Nein, das war danach. Ich bin spontan. Nachdem wir zum Boxen... Na, während, oder? Woll das Ding losgedreht, ne? Was ist denn jetzt? Irgendwann hat mich halt jemand an jemanden angehört. Ja, sie, sie, sie. Oui, oui, oui. Yes, yes, yes. Und was gibt's noch? Ach so. Was kannst du noch? Oh, Mann. Hallo, hier ist ein Weihnachtsmann. Boah, warte, stopp, wir brauchen noch Zuckerstangen für später. Ah, wir sind sauber, Johnny. Kannst du Zuckerstangen noch besorgen, oder können wir noch Zuckerstangen? Ja. Ja, wir haben für später, wenn wir dann durch die Gegend laufen und Leute sind, können wir die Märchen? Also hier hat der Weihnachtsmann. Ich werde den Geschenken. Hahaha. Kein Problem, können einfach nehmen Zuckerstange von Stangen. Ja, ich habe eine bei. Ja, die muss er deine Weihnachtsmann anziehen. Ja. Ne, eigentlich müssen wir sie anziehen und ihm dann immer geben. also eine zugeschickt. Oh, ne, bitte keine Tasche. Wir können, können wir nicht, ach ne, das Auto ist voll, ne? Mhm. Ja, gut, wir brauchen das Auto ja nicht, also wenn wir dann nachher laufen und so. Ja, ja. Naja, zu viele würde ich jetzt nicht holen. Geh mal nicht davon aus, dass wir so viele Leute sehen. Du weißt, ne? Die sind immer alle versteckt, irgendwo. Ich weiß auch nicht wo, aber irgendwo. Machen illegalen Sachen. Ja, vielleicht. Ja, heute war einer Maisfeld von irgendeiner Gang oder so, der Leute anwerben wollte. Echt? Und haben ja gesagt? Oder haben gesagt, nein, ich bin schon in Gang, in Farm Gang. Oh, ne, bloß nicht sagen, ey, nachher, nein, nein, bloß nicht in das Farm Gang. Ey, nachher stehen die bei uns auf der Matte, ne. Muss nicht sein. Weißt du, von welcher die kam? Äh, hatte, war schwarz. Also, ein schwarzes Tüchchen. Okay. Tüchlein. Am Arsch. Keine Ahnung, was das war. Boah, da hab ich auch keine Ahnung. Vorhin war, äh, jemand mit schwarzem Tuch am Arsch, äh, tanken. Hahaha. Ich sag doch, horkige Schuss und ich mein's. Ich kotz ab, ey. Ich will die auch ausziehen. Ich bin froh, wenn ich sie nachher ausziehen. Oh, das ist so gut. Hey, guck mal gegen die Schülle. Hex. So, einer muss die aber bezahlen. Hey, Albertin, hallo. Oh, keine Ahnung. Ich flüß dann der in. das tut weh das tut weh hier oben liegen das tun wir liegen auf wieso wir so ich habe ja ja so dann machen so ich habe jetzt überall wunden weil haben liegen auf ladenfläche jemand haben kann noch mal abbrechen bitte ich habe noch schauen in taschen jetzt jetzt okay ich kann zahlen haben einfach hände aus taschen herausgerissen aber ich habe in abend zahlen habe nichts bekommen jetzt jemand haben bandagen ich kann es nicht versprechen aber vertraue halt was haben wir angegisst angegossen so schauen ich habe hier überall wundern an ja sie lieber wieder an wollten schon sagen alberto ja wenn ich nicht rauchen nein ich weiß nicht vielleicht oh sehr gut ich glaube 20.000 das geht doch aber noch also guck mal aber was war denn das jetzt die machen da die automaten leer und die polizei denken sie einfach ja mach den ruhe frohe weihnachten ich geil also das klappt dann muss man sein ich weiß nicht oh wir sind in die kanalisation gekommen wir waren da oben mit dem 6er unten oder ja wer die anderen ja die uns da vollkommen ja aber da sollten wir glaube ich nicht runterfahren weil äh wir kommen ja nicht darauf wo wir den 6x6 abstellen weißt du wir wollten ja wir müssen ja nur noch ich weiß gar nicht ich weiß ja auch gar nicht wie lange dieser tunnel ist weiß überhaupt noch einer wo wir rausgekommen sind beim letzten mal da müssen wir ja wieder anfangen theoretisch ja hier um die ecke ah ja da connect die haltestelle der 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 wenn ich die ein Das ist ja noch ein paar Sachen. Das war's für heute. doch nicht aber ich wollte ihn schnell ja so ich jetzt gehen ja dann gehe rüber okay aus einem blut auf sein kann gute idee ganz schnell das ist sonst könnte eventuell ja ich habe noch ich habe noch in hand warte mal vielleicht ist da gar keiner zum kontrollieren kommen wir gucken warte warte hallo ja ich glaube ich muss jetzt weg darum haute wie ich auch gibt die mir einfach ein ding alter ich bin gibt die mir einfach ein ding scheiße ich hab nämlich keinen platz ne warte mal warte 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 vor allem ich musste jetzt alles schön umständlich da jetzt machen weil ich ganz viel wunden habe und die aber nur ein item slot zwei haare könnte das eventuell etwas dauern so eisbültel kaufen So, okay, dann haben wir das ja zumindest. Hallo, Piotr. Ich bin auch hier. Ich brauche Hüse. Ich nur noch kann sehen mit einem Auge. Du auch? Hey, da bin ich... Wir haben uns geprügelt, ja, Entschuldigung. Nein, 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 nein. Jemand haben angefangen. Ich habe dich geschlagen wegen deiner Dummheit, weil du, ich habe gesagt, renn nicht, weil du meintest, das ist rutschig und ich sage zu dir, renn nicht und du rennst und fällst andauernd hin. Deswegen habe ich dich geschlagen. Ah, stimmt. Ist gut ein Grund, ja. Finde ich schon. So, nächstes Mal, wenn du machen... Ich darfst mal eine Schelle auf den Hinterkopf geben. Nächstes Mal, nächstes Mal, wenn du blöd sein und fallen von Pyr in Wasser und kommen aus Krankenhaus, dann ich dir erstmal gebe ein Ding auf Fresse. Brauchst du was? Hast du was? Ja, tschere, dann kriegst du aber eine zurück. Komm, ruf mich an Scheiße. Na, warte, ich rufe ihn an. Ich rufe ihn an. Ja, er ruft ja gerade an. Dann schreibe ich ihm kurz, warte. Nein, nein, nicht geben zurück. Äh, ruf bitte Alberto an, danke. Nicht geben zurück, weil, ja, du haben verdient. Nein. Nein. Genau selben Ding wie gerade eben auch. Nee. Doch. Das zieht nicht. Doch. Das ist genauso wie mit der Straße. Wolltest du doch nachkommen in deinem Straßenordnungsgesetz da? Wir haben gesagt, wir vergessen. Ich vergesse niemals. Leo, wir haben gesagt, vergessen. Wir vergessen niemals. Das klären wir noch mal unter vier Augen. Ja, 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 ja. Ich habe in dich ein Auge. Ich kann nicht richtig sehen, deswegen zeige ich in falsche Richtung. Aber ich habe dich ein Auge. Ich habe immer in zwei Augen. In die Auge, die funktioniert. Ja, ich habe nur noch ein funktionierendes Auge, Leo. Ich kann dich nur haben in einem Auge. Ja. Willst du den Weg noch zum Auto schaffen oder soll ich dich tragen? Ruckgepackt. Ich glaube, du bist nicht stark genug. Ich schaffe alles. Du bist nicht würdig. Das hast du nicht gesagt. Das hast du nicht gesagt. Das hat mich mit einem Herz. Also, ne? Mein Herz. Das ist schon. Oh, und jetzt ruft Casper auch noch ein Stopp. Will Tom herkommen? Nein. Hallo, Casper. Tom fährt zum Lager. Und dann holen wir ihn ab bei der Farm. Wir holen dich jetzt nicht ab. Wir holen auch Tom dann da ab. Genau. Perfekt Casper. Bis gleich. Wir kommen gleich. Was? Wie, du bist Burger Shot. Ja, dann nehmen wir dich jetzt. Wir sind auch gerade in der Stadt unten. Pass. Ja, der ist schon im Auto unterwegs, oder? Okay, perfekt. Wir holen dich. Bis gleich. Wir haben noch ein bisschen Platz im Auto. Ja, wir haben noch. Achso, was für Platz? Einen. Einen? Ja. Wir schaffen können noch einen. Aber ich fahre. Ah, okay. Nein, ich meinte für Lagerraum. Joe, soll ich dich tragen? Äh, Joe. Joe, soll ich dich tragen? Ja, ich bin verwirrt. Ich will tragen. Bitte, bitte, tragen mich, starken Prinz. Ich mach auch Fuckepack. Komm schon. Ich schaff das. Ich schaff das. Oh, du bist ein starker Prinz. Oh, schön. Scheiße. Oh Gott, ich schaff's auch nicht. Ich hab gedacht, ich schaff's. Es ist auch nicht geklappt. Ich hab'n sagen, du nicht würdig. Ich würd' dir so gerne. Ich tue's nicht. Komm her. Trag du ihn. Komm. Und hau ruck. Was, 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 was du wollen machen? Nein, Piotr, lass dich jetzt tragen kommen. Komm her, bleib doch da. Hau ruck. Ab. Ab auf die Schulter. Oh, jawoll. Oh, starken Prinz. Hi. Eisenherz. Können auch rennen wie Pärt. Mach ich nicht. Ich will heil sein. Ich bin ein Einhorn. Kein Pärt. Ja. Oh Gott. Aber es ist gut, dass wir zur Farm fahren. Ich musste eh mein Outfit holen. Mein dichtiger Outfit. Ja, ich zieh mich dann um, ne? Auch. Ja, ja. Hallo, geben nicht zu sehen. Nur betrunkenen Weihnachtsmann. Gut, dass man nicht unter das Röckchen schauen kann, doch. Also können. Die Hose bleibt an. Die Hose bleibt an. Ah, bringen mich auf Idee. Nein. Nein. Nicht jetzt. Nein. Du lässt dich an. Oh Gott. Nein. Vielleicht ich kann auch schnell benutzen Hände. Nein, du machst gar nichts. Die. Ich weiß nicht, wo die sind. Äh. Ja, wow. Ja, wow. Vielleicht hinten auf Parkplatz. Ich rufe trotzdem mal an. Wir können ja hinlaufen. Welchen Parkplatz? Ach, da mein Zug? Ich glaube, da vielleicht. Ich bin ja nicht seitdem. Ich fühle dich geehrt. Ein Einhorn trägt dich. Ich fühle dich die Gasse. Ah, hier. Ja, da, da. Okay. Jetzt rennen wir auch noch. Haben doch gesagt auf Parkplatz. Ja, du hast ja recht. Ich renne mal. Ich versuche es. Nein, geht nicht. Ich bin zu schwach. Vielen Dank für das Kompliment, dass ich bin dick. Nein, ich bin zu schwach. Ja, aber für was du bist zu schwach? Ja, um dich zu tragen, weil ich muss mehr Sport machen. Also, jetzt pass auf. Und Türen gehen automatisch auf. Oh, schön. Ah. Okay. So, los geht's. Alberto, sitzt du. Nein, 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 noch nicht. Alberto, schon sitzen. Ja, zufälligerweise, weil es auch gerade der John da war. Ich habe mich immer... Alter, du bist ihm auch vor das Auto gefallen. Oh, mein Gott. Der fährt viel zu schnell, das ist nicht meine Schuld. Liegen wir richtig, Polizei? Leo sein richtig, Stimmen, Profi. Und dann, geht nicht. Der Scheiß ging mir gerade auf, durch den Kopf. Was? Echt jetzt? Mir auch ganz komisch. Wo du gesagt hast, sie hat Polizei. Ich habe so eine Szene, wo da mit der Feuerwehr links da, dass sie reden da oben. Die Wand läuft. Ja, dass du ihn findest schön und willst du aussehen wie er? Und vielleicht, dass du ihn finden attraktiv. Oh! Attraktiver jungen Mann mit blauen Haaren. Ah, meinen den aber Kaspar. Kaspar, wie geht hinten auf Ladefläche? Ich bin nicht auf Ladefläche. Aber du hast doch blauen Haaren hinten. So Kaspar, wie wir gehen. Gut und euch. Ja, sehr gut. Ja. Ja, auf Weihnachtmarkt. Aber ich glaube, er hat mich nicht mögen. Ist gegangen und hat gesagt, oh, da ist Weihnachtsmann. War kein Weihnachtsmann. Einfach weggegangen. Du bist auch der Weihnachtsmann. Ja, jetzt. Der Einzige war aber. Ah, stimmt. Stimmt. Du bist der Allerechte, ja. Der Allerechte. Aber bitte vergiss mich morgen nicht, ne? Ja, mal schauen. Ob waren artig. Ich war immer artig. Natürlich. Hm. Ich werde gleich auf meinen Listen gucken, ob du draufstehen. Okay, sollen wir jetzt schon unsere Wichtelsache anziehen? Ja, ich ziehe es an. Ja, ich bin ja schon vorbereitet. Ja, du bist schon perfekt. Ja, ich kann den anderen Müll noch inlaufen. Hallo. Hallo. Na, Johnny? Oh, hey. So, Alberto, ich schaue gerade auf Liste. Oh, da muss mein Oberteil hin. Und ich muss sagen, du nicht stehen auf Liste. Ach, das bin ich gewohnt. Alles gut. Wo ist mein Oberteil hin? Habe ich mein Oberteil ab mitgenommen? Äh, du hattest doch letztes irgendwas. Da habe ich doch zu dir gesagt, pack das doch einfach da rein. Oh, nee. Oh, nee. Was ist bei mir im Auto? So, ähm. Hm. Ja, bitte. Ja, ich schaue gerade auf Liste. Ich war immer artig. Uff, 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 uff. Willst du mir gerade das Gegenteil sagen? Hallo? Ja, äh, hier, ich nur schauen auf Liste. Und Liste, äh, lüge nie. Liste sagt, ich war artig. Ich nicht, der kann sehen, Liste. Ja, ich war immer artig. Okay, also warten, ich mache hier einen kleinen Plus und hier schreiben klein. Du siehst aber nicht aus wie der Weihnachtsmann. Du bist ja gar nicht so alt und du hast gar keinen Dankbart. Sein Marketing. Marketing. Ja, sehen viel besser aus im Adverstissement, wenn ich, ähm, ja, wenn ich alte Mann mit Bart. Oh, jetzt. Oh. Hi. Hallo, hier ist der Weihnachtsmann. Hallo, Santa. Haben großen Sack mit vielen Geschenken. Halt du auch meinen Trigger dabei, den ich mir wünsche? Ich, ähm, na der, ich muss gucken auf Liste, ob du waren artig. Ich war artig, ich habe nichts illegales Kriminelles getan, ich bin ein total artiger Mensch. Ich war noch nie bei der Polizei, ich saß noch nie im Gefängnis. Alles gut. Natürlich nicht. Nein. Okay, so, ich gucken. Ich habe noch nie was geklaut. Oh, hier ist ein Plus und stehen in kleinen Texten. Ist noch nie ein bisschen. Ja, okay. Okay, durchstehen waren artig. Dann, ja, ich habe auch Geschenke. Ähm, ja, aber willkommen morgen. Ja. Oh mein Gott, tschüss. Au, au, au. Hehehe. Oh, oh. Super. Da freue ich mich. Da freue ich mich. Ich glaube, Alberto haben Sachen in Lager. Ja, ich befürchte auch. Casper braucht noch ein Outfit. Ich brauche gar nichts. Casper ist, oh, Casper. Du musst doch mitmachen bei der Tour. Ja, ist ja gut. Da brauchst du auch ein Outfit. Warte, warte. Ding, er geht gerade holen. Alberto geht gerade für sich nochmal was holen. Ich will Casper gleich mit. Ja, ich kann ihm sagen, dass er doppelt mitnehmen soll. Äh, sondern mitnehmen. Warte, warte, warte. Weil er fällt gerade nochmal hoch. Alberto. Ja, Tom hat es schon. Der hat gestern schon gesagt, dass er eins hat. Ja. Alberto, magst du für Casper? Eventuell hast du noch Platz, dass du für ihn eben was mit einkäulend kaufen kannst? Einmal Schuhe, Hose, Oberteil und Mütze. Die Maske ist nicht so wichtig, aber der Rest ist wichtig. Okay, bis gleich. Bidu, Bidu. Ja, ich wollte vertragen. Johnny, wo ist dein Outfit? Im Lager. Schauen wir mal, dass du deinem Lager verbringst. Ja, das ist ja kein Ding. Der Halle wieder. Ich habe mein extra immer hier im Auto. Achso, ich habe meinst die ganze Zeit eigentlich mitgetragen. Da rente jemand. Leo? Ja. Vielleicht ist ein Renntier. Warte, warte, warte. Was soll denn passieren? Einen Moment, einen Moment. Doch nicht. Leider geht es nicht so gut mit. Ich wollte mir auf den Schenkel klopfen. Doch nicht warten. Ah. Oh. Hey, ich habs nicht. Johnny, ich habe das letzte Mal auch nur so... So ein One-Suit, ne? Mit dem Rentier, ne? Wie erinnerst du dich? Das weiß ich nicht. Rentier habe ich getragen. Ja. Ja, Rentier eigentlich ist, glaube ich, eine Teile. Ja. Wenn du oben ausziehst. Ja. Sehen aus wie die Kleine, Rentier bei, wie heißen, Narnia. Nur Hörner fehlen am Kopf. Ich muss sowieso noch zu meinem Lager fahren. Da kommt mal am Bingo vorbei. Ja. Da kannst du dir zur Not ist nochmal neue holen. Ja. Da kannst du dir zur Not. Ja. 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 So, ich glaube, ich mache mal eine kurze Pause. Gehen wir eben schwuppti und bin aber sofort wieder da. Ne? Dann sehen wir uns gleich. Ah, perfekt hat sowieso. So, Leute, auf YouTube, da sind wir auch wieder zurück, ne? War jetzt, oh Gott, da war jetzt alles drunter und drüber. Ne? Ne? Ja. 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 Ich habe gerade leiser geredet, weil ich nicht schreien wollte wie so eine Irre. Ja. 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 Ja, ok. Ja, ok, gut. Also, wann ich schon vielleicht was gehört habe. Ok, gut. Ok. Wie gesagt. Alle, alle, alle für alle. Ok, warte mal, kann ich welche Maske hier zwergen, ne? Ich glaub, die muss einer von den anderen holen. Ja, ich weiß nicht mehr. War das nicht Einheitsgröße? Äh, ich glaub nicht. Doch, probier mal. Zieh mal auf. Ha, siehst du? Überhalte ich meine neue. Sehr gut. Aber was ist eine richtige Frage, warum sei Schnee in Ladern? Das ist eine gute Frage. Oh. Der Schnee war heute morgen weg. Ja, es war so schön. Es war morgen kein Schnee mehr. Wo ist meine Schwerge Maske? Wunderschön, wie immer. Mist, welche hatten wir denn? Die? Die? Welche ist es? Eins, zwei oder drei? Mach mir mal einer. Ist der Dings offen? Johnny. Welche Maske haben wir? Eins, zwei oder drei? Eins, zwei oder drei? Äh, eins auch. Danke. Perfekt. Ready. Oh, nö. Wir sind die schweren Bande und wir stößieren umher. So. Aber gerade stehen. Lala 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 lala. Ich finde das rennt hier immer noch am besten. Ja. 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 Schöpfer. Ich bin der Kader. Äh, bei Gellaland, Rathaus, Jocey, links daneben. Ah, jetzt sehen wir ihn, Lavi, okay, alles klar. Bitteschön. Und zwar, danke. Und für die Leute auf YouTube, ne, falls das irgendwann mal hier, ähm, dort ausgestrahlt wird. Ne, ähm, ob das, äh, ob das irgendwann kommt, weiß ich noch nicht. Ne, ich hab ja gesagt, da kommt ne Pause erstmal. Dings, also die wird ja, wenn das hier auf YouTube zu sehen ist, dann ist die Pause schon gewesen. Wenn's nicht zu sehen ist, ja, dann war das gerade sehr unnötig. Aber egal. Ähm, ja, ne, dann möchte ich mich entschuldigen, dass hier so ein drüber, drüber, drunter und drüber ist. Heute mit der Folge war ein bisschen drunter und drüber gerade. So, so haben wir ein Outfit hoffentlich. Oh, da mein ich. Oh, ich hab das Recht, oder? Ja, die Schuhe fehlen noch. Hä, die grab- ich hab doch die Schuhe mit... Habe ich ti die vorhin auch Schuhe mitgebracht? Äh, warte, die Ding jetzt so enlightenment. Ho 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 Ja du hattest aber andere Schuhe auch gekauft Ich hab dir jetzt ein 6x6 gelegt Na die hier halt, die ich habe Ja okay, kann mal einer eben ein 6x6 aufmachen Ja klar Was warst du da? Okay, wir sind... Hä, was ist der Fettung? Was ist der Fettung? Was ist der Fettung? Was ist der Fettung? Also los, 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 los! Los geht! Das ist der Fettung! Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 So, los gehen Ja, ich glaube Johnny, Moment Ich glaube immer noch nicht sinn sicher Weihnachtsmann noch nicht hat einen Zaubertrink Wir auch suchen für Punk bei Frank So, jetzt bitte kommen Ich weiß es doch nicht, ich mache jetzt Musik an Let's go Ich habe einen Weihnachtsmann gesichtet Ja Ich komme Untertitelung des ZDF, 2020 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 rückzug 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 er ist jetzt für uns kommen heute wo laufe ich denn lang fahrt die Richtung ist die unsere Evolutionskarte dann gehen weg hier in meinen position hier ist eine scheiß bange weg du musst aber direkt vor mir stehen damit vor dir noch jemand hin kann ich muss vor dir stehen ja ich müsste jetzt eine Pose machen ich müsste es schaffen genauso wie auf dem Bild ja ich bin es gut ist gut Rudolf Rudolf du musst dir was überlichten hier vor mich muss auch noch einer oder ist Rudolf ist das vor dir ist nicht vor dir muss noch jemand da muss noch jemand zwischen nein zwischen Rudolf und elf muss noch jemand ich kann das nicht doch jemand egal mach einfach irgendwas das passt schon um du musst einfach eingefroren sein das passt schon ja das kann ich nicht doch quetsch dich einfach dazwischen du kannst ja du sagst das wir glauben an dich vor mich hin vor mich hin geh ja dann das passt schon das passt schon oh nein oh nein oh nein der der übrig ist ich weiß nicht wer das ist ich oh nein los mach ein Foto ich krieg ein krampf in Hände wieder ruhig erti mach ein Foto hier hat hier habt ja hier woanders 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 Du bist so hochgefallen, bist du gescheuert? Aber ist doch besser wie runter. Ist doch gut. Ich bin hochgefallen. Neues Handy. Wow. Ist mir gut. Ich bin ein neues Handy. Senta, da bist du. Ich wünsche ihm ein neues Handy. Ja, okay. Schreiben auf Liste. Und ich dann nehme Liste und schmeiße sie weg. Okay, kein Problem. So. Hab ich überhört, okay? Ja, okay. So, schreiben auf Liste. Ganz wichtig. Der Bodenwerker, ganz haarig. Halte Richtung. Die andere. Wir kamen bei den Brüsten raus. Ich weiß nicht. Ich bin 11 verloren. 1, 2, 3, 4, 5... so einmal durchzellen jeder sagt zahl so sagen zahl ok 1 ok 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 hallo ok alle da ist ein 1 ja ja alles gut lasst mich einfach in eure mitte dann erkennt ihr nicht wer ich bin nur wegen die zäpfchen das ist nicht fair ich geh einfach zwischen euch angst dass der mich haut wer weiß ich hau ja auch zurück wer mich haut dann hat der nachher keine helfenden elfen mehr die ihm helfen die geschenke zu verteilen selbst schuld er muss ja alles alleine machen der alte bucklige ich früher habe auch alle alleine gemacht ich habe früher alleine gemacht ganz alleine haben drei flaschen wodka getrunken und dann ging alleine ja so weil ja ja stop stop oh und oh Go, go, go. Jetzt raus. Wir sind durch. Nein. Sind wir durch? Nein, 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 wir sind nicht durch. Der Untergrund. Ja, ja, eben, wir sind noch nicht durch. Wir sind noch nicht da, wo wir... Wo haben wir eigentlich angefangen? Elfen, warum rennen weg? Hey, hier bin ich mit... Von Flughafen hergefahren mit U-Bahn, als ich eingereist bin. Ja. Vor drei Jahren. Uff. Eiskalt. Oh, hier war das. Hey, nicht werden aggressiv her. Ach, nee. Sonst kommt hier Rute oder was? Ja. Sonst kommen... Sonst kommen Rute und Sack. Warte, steckt nicht weiter. Müssen wir nicht hier tanzen. Ich muss getancht werden. Alle gut? Alles gut. Okay. Essen mit Brötchen. Wo tun die auf der Brücke tanzen? Offentlich mit Brötchen von Tank bei Frank. Oh, bei Tank bei Frank, was? Offentlich essen Brötchen von Tank bei Frank. Ja, du fühlst dich doch keiner. Du bist doch verkleidet. Nein, ich meine, offentlich essen nur Brötchen von Tank bei Frank. Ah, ja, natürlich. Schmeckbrötchen. Sehr gut. Von dir. Es ist gerne. Ich leuchte ruhig die Bühne. So, eine Person probieren, hochgehen. Nein. Hahaha. Ich bin schon mal von Brücke gefahren. Das ist gefährlich. Sehr gut. Du bekommst Ordnung. Wo mit dir? Er bekommt Wichtelorden. Ich habe nur noch einen verband. Was hältst du nicht? Ich will nicht jetzt eben essen. Er bekommt... Nicht anfassen. Nicht anfassen. Gehen weg. Er bekommt Wichtelorden. Das ist gefährlich. So, und jetzt alle so machen wie er. Ja. Tschüss. 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 Laufen, hier ist die Straße! Laufen, schnell! Laufen, schnell! Auto kommen, machen, Pfannkuchen! Vielleicht nächstes Jahr, ich überlege, Roboter einstellen. Weil Roboter kann rennen. Ja, tanzen! Na, bis hinten gehen! Los, gehen bis hinten! Oh, da vorne eine Glasfront. Ja, da vorne ist gut, da ist gut. Hier? Kommt man da auf die Tanke oben drauf? Kommt man da rauf? Nein, nein, nein! Los, probieren! Los, gehen! Gehen! Ah, so viel besser! Oh, ja, so, ich kann trainieren meinen Waden! Oh, sehr schön! Trainieren Waden und Po! Oh, schön! Gehen! Ich komme nicht hier rüber! Nein! Nein! Ah, schon fünf! Ha, 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 ha! Mir gefallen! Ha, 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 ha! Oh, den kann man ja bewegen! Ha, 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 ha! Oh, ha, 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 ha! Au! Nein, du hast das Rentier umgehauen! Kannst du doch nicht wach mit Bambi! Ich kann das gehen nicht! Bambi, bist du gut? Ja, ha, 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 ha! Okay, wir können da nicht rüber stehen! Nee! Das geht nicht! Scheiße! Oh, schauen! Oh, gucken! Oh! Ich reite auf Luft, Dings! Oh, nein! Ich habe Reiten! Lass nochmal Reiten auf Luft, Dings! Na, man kann nehmen zwischen Beinen! Und dann kann Reiten! Ha, 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 ha! Ja, wir müssen uns an die Straße stellen! Das geht uns nicht! Wir müssen uns an die Straße stellen! Ehe! Ist gut! Ja! Weiss ich nicht! Hat dich irgendwas verbannt? Aber wenn ich so laufe, dann kann ich trainieren, wahren und poh. Sehr gut. Weil wenn essen ganz viele Kekse und Plätzchen, dann werde ich dick. So viel leicht schaffen, machen allen gleichzeitig. Vielen Dank. 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 Okay. Okay. Vielen Dank. 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 Danke. Vielen Dank. 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 Danke. Vielen Dank. 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 Oh Mann. Oh Mann. Oh Mann. Ich bin doch da hoch. Ah, ich will da oben bleiben. Nein. Du schlägst mich runter. Du schlägst mich runter. Du bist gemein. Oh Mann. Oh Mann. Oh Mann. Oh Mann. so laufen wir müssen geradeaus laufen und vorne glaube ich da ist eine karte okay hier gucken eben ich kann nicht karten lesen da und dann klarte aus nach rechts hallo hier ist weihnacht man ich brauche einen taxi bitte wo wir sind ich bin bei 4008 bitte ok ok danke nein 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 so wir sind mehrere personen aber ich war dann alleine ok danke so elfen laufen wir treffen na hier ist der weihnachtsmann hallo das nicht machen auf dem auto so einen moment bitte einen moment bitte schnell geben geben dings schnell geben dings schnell machen machen noch geben eine so gucken so bitteschön wir schauen ja so geschenken morgen ja geschenke geben morgen ich habe damals in der tasche gibt das doch mal den lieben weiter noch eine küste okay so wir machen immer kommt einer vorne und singen und wenn singen gut und polizei sagen okay dann kriegen schlüssel für kiste so okay erst dann bitte kommen ganz linken so bitte singen okay dann gehen zurück mit der nächsten rudolf bitte kommen nicht weg gehen kommen singen entschuldigung die sind schon ein bisschen an arbeiten und so ein bisschen ich weiß ich nicht okay was könnt ihr denn mensch wir müssen noch was singen singen er las christmas was die hilfe und und Du bist ja auch nicht zu spät. Versuchen Sie mal. Ja, jetzt ist es nicht zu spät. Und jetzt? Was? Oh. Ich dachte. Wann geht's los? Ich muss schneller singen. Singen schneller. Okay, es ist genug. Meinen Ohren bluten. Pass auf. Williams, ich gebe Ihnen meinen Schlüssel. Ich muss kurz Luft holen. So, jetzt ist die Chance. Gebe ich Ihnen einen Tipp, welches das gute Geschenk ist oder nicht? Was sagen Victor? Tipp oder nicht? Tipp. Okay, dann ja, Tipp bitte. Für manche ist es einfach wert. Ne, es gibt Möglichkeiten im Leben voranzukommen und an Geld zu kommen, wenn man einfach auf der Straße arbeitet. Wir haben das auf der Straße. Ja, also wenn der das jetzt nicht schickt. Warte, der geht zwar nach. Nehme ich diese... Nehme ich diese... Kniffligen Frage. Vielleicht ist das auch umgekehrte Psychologie. Vielleicht ist das auch umgekehrte Psychologie. Vielleicht ist das auch umgekehrte Psychologie. Ähm... Ja. Was hast du denn gekriegt? Ich... 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 Aber... Ich... Aber... Ich habe eine reitende Situation. Alle kein Problem. Dachte ich auch, dass ich sie nicht umschießt! so leuten ich muss dann sagen sie ich habe jetzt hohen puls und und kleinen zuckerstange in hose ja wunderbar wir waren ein team wir sind ein team wir sind die farm ich kann ja ein plastiktüte mit luft abfüllen so jetzt haben wir jetzt haben wir 121.000 ein dollar heute ist geld du warst du hast eine hohe stimme machen ich finde es super bitte Kann man uns diesen Gutschein klauen? Äh, nein. Auch nicht. Wetter ist das? Ich glaube, der Weihnachtsmann hat es gut gesteckt. Ich habe gesteckt zu, äh, ja, Zuckerstange. Alles klar. Wie gesagt, wir können auch gleich noch hin und Ticket reinlösen. Oh, nicht mehr verletzen. Eben, es ist außer Dienst. Oh, scheiße. Ja, die wollen auch Weihnachten feiern. Wir gehen zu keinem Tankstelle mehr hin. Auch nicht zum Feuer, wie für Park. Da bleiben wir weg. Das ist gefährlich. Was? Feuer ist gefährlich. Oh, oh, oh. Ich höre ein Auto. Kriegen wir noch einen Dollar? Aber nächstes Mal bitte zustecken, nicht wegwerfen. Mann, ey. Können wir noch mal Geld verdienen, ein bisschen. Parki, wir können, ey, das ist voll gut, so ein Weihnachtschor. Ja, unser Chor klingt auch sehr gut. Wir sollten jetzt vielleicht mal den Text lernen von Last Christmas, nicht nur das Ding verbringt. Aber er hat dann funktioniert. Ja. Aber bei den anderen haben wir den Unterlage gekriegt, den er irgendwo auf die Straße geschmissen hat. Wir haben ja auch weniger lang geschungen. Ja. Wie viel Park? Da drüben. Rüber. Aber vorher gucken. Gucken. Von Auto. Hallo? Danke. Hallo? 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 Halt, stopp. Hallo? 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 So, singen jetzt? Äh, ich möchte anmerken, ich bin der Weihnachtsgränsch. I gave you my heart. I don't wear it actually. You gave it away. You gave it away. This year. Save me from tears. I give it to someone special. Dankeschön. Wunderschön. Bravo, bravo. Danke, Gato. Frohe Weihnachten. Aber einmal aussteigen. Steigen aus, ich geben. Steigen aus, ich geben. Ihr kriegt noch was. Warte, warte, warte. Hast du genug? Na, jetzt noch einen geben. Geil. So, warten. Ich geben und du kannst deinen Freund geben. Ja. So, haben einen schönen Abend. Danke gleich. Tschüss. Auf Wiedersehen. Tschüss. Hohohoho. Hohohoho. Hier ist ja gar keiner mehr. Doch. Schon cool. Ist schon cool. Boah, was ist denn hier los? Was ist denn hier los? Was ist denn hier los? Nein. Warte. Komm schnell. Hahaha. Komm schnell. Hahaha. Hahaha. Bleib stehen. Bleiben stehen. Bleiben stehen, allen gut. Bleiben stehen. Ist der Weihnachtsmann? Von dem gibt's Geschenke. Warten. Wenn der noch hat. Ja, okay. So. Einen Moment. Guck mal hier. Bitteschön. Oh, danke schön. Was macht ihr hier? Wir verteilen Süßigkeiten und Freude. Oh, das ist schön. Ja. Frohe Weihnachten. So. Und jetzt geben all dein Geld. Hahaha. 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 Richtig scheiße. Heute hätte man für Holz, Wein und Orangen Schlüssel abholen können. Oh nein. Ich hab kein einziges Schlüssel, aber 5000 Pakete. Wisst ihr was scheiße ist? Was? Heute Mittag oder Nachmittag hätte man für 2 Holz, 5 Orangen und 5 Wein 2 Schlüssel bekommen. Aber ich hatte keine Zeit mehr. Ich musste wieder ins Bett. Oh toll. Ja, ich muss auf ins Bett. Was? Ich war auf einschwellen. Ich hatte keine Zeit um Schlüssel zu holen. Ruhig. Ruhig. Entspann dich. Durchatmen. Alles gut. Alles gut. Es ist ein bisschen blöd gelaufen. Ich wüsste nicht, dass jetzt hier so viel fließen. Ich bin nie weg. Ich bin nie weg. Ich wünschte, ich wär'n tot. Jemand hat Schlüssel? Wer hat Schlüssel? Ja, Schlüssel für Geschenke. Niemand hat. Niemand hat. Oder hast du? Nein. So, und jetzt, man kann nicht mehr bekommen Schlüssel. Nein. Das war das Gewerbeamt. Ich muss nie ausgeben. Okay. Ich geh mal davon aus, dass da keiner mehr da ist. Ja gut, dieser war auch bisschen unfair. Dann sagen, abends, wenn noch abends Schlüssel können kommen. Ja, das ist ein bisschen scheiße jetzt. Ich hätte zwei Schlüssel haben können. Und zwar hab ich die letzten fucking drei Tage gezinnt. Und wir denken jetzt... Bruder, hier, da ist eh nix drin. Hallo? Was? Ich glaub, die ist kaputt. Aber da ist sonst... Da ist noch nicht nur Müll drin. Weiß nur gar nicht. Ja, aber wir hatten mit dem T20 echt Glück. Nein, das hat man nicht. Der da drüben hat... Der da drüben hat den Tuning-Gutschein und zwei Kicker. Aber ich... Ich mich fragen... Hat da jemand noch Schlüssel? Rauben wir die aus. Na, Elfen stehen in Schuppen. Aber... Haben Sie einen Schlüssel? Aber was ist, wenn... Also Polizisten haben uns ja sagen. In einer Kiste ist was drin, was sie können brauchen. In anderen nicht. Woher wussten? Und warum haben sie nicht selbst genommen? Ja, Schlüssel wegen... Weil da ein lieber... Ein lieber Polizist war. Ja. Hm. Das war ein lieber Polizist. Und wir haben doch so gut gesungen. Da ist nochmal Polizei. Da unten ist ja Polizei hingefahren. Alberto, mitkommen. Ja, ich... Ich bin doch nicht Alberto, Mensch. Ach so, ist so gut? Doch. Bitte. Ich wollte dir eigentlich sagen, was Johnny... Wir müssen Polizei hochnehmen. Ich hab seine Depression abgenommen. Ah! Was hast du gemacht? Ich hab die abgenommen. Nein, nicht abnehmen. Das glaubst du nicht. Ich hab mir fünfmal bestellt. Fünfmal Depression, fünfmal... Was war das noch? Einsamkeit. Einsamkeit. Nein. Fünfmal Trauer. Ja. Ich nehme Trauer. Ich nehme Trauer. Einmal. Es gibt nur fünfmal. Nein. Es gibt nur fünfmal. Nein. Geschenke. Aber... Aber du bist doch der Wein. Ein Eisbeutel. ist ein... Ich wollte nur den Weihnachtsmann schlagen. Entschuldigung. Du hast mich geschlagen. Nein. Ich bin auf. Ich renne schnell hinterher. Hahahaha. Haben trainiert. Hör auf. Hör auf. Hör auf. Aufhören. Du bist eigentlich... Hör du auch auf. Sie haben mich zuerst geschlagen. Ich habe überhaupt nichts gemacht. Durchatmen. Du hast... Ausatmen. Aufpassen! Du hast böse geredet! Ich habe überhaupt nicht geredet! Ich habe gegeben Eisbeutel! Ruhe, Ruhe! Weihnachtsmann? Du hast überhaupt keine Ahnung! Weihnachtsmann, der will was vom Flach! Ja, bitte! Ich dachte, du bringst die Geschenke und verbrennst sie nicht! Was heißt denn verbrennen? Ja, was ist denn das jetzt hier? Es war ein Wichtel! Ja, war Wichtel! Welcher Wichtel will meine Geschenke verbrennen? Ähm, der da... Welcher Wichtel wollte verbrennen? Der mit der pinken Teiche! Der vorne rechts! Verbrennen! Wieso willst du meine Geschenke verbrennen? Liege rein! Also ich sehe die Geschenke! Liege rein! Dass der Augen im Kopf hat, sieht, dass da Feuer ist! Und ich hatte zwischen die Pakete geworfen! Das eine wäre fast angefackelt! Ja, ist es angefackelt? So, jetzt ist gut hier! Ich kann nicht mehr! Ich glaube, ich muss noch mein Kostüm raus! Das ist alles zu viel jetzt! Ich merke schon! Sie machen komische Sachen! Ich war doch mit dem Kopf, komm! Ich wollte die Pakete nicht verbrennen! Ich wollte nur das machen! Hör auf! Sei doch so leise, du! Hallo! 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 Halt dich raus! Ruhen jetzt! Entschuldigung, dass Wichteln so komisch sind! Sie sind überarbeitet! Mein Lieber! Du bist ganz lieb! Dann gib ihnen mal ein bisschen Urlaub! Ja, ist bald Urlaub! Ist bald Arbeitende! Ab morgen hast du frei! Dann ist Weihnachten fast vorbei! Gott sei Dank! So, und jetzt stehen auf! Arbeiten! Zetterkneusch, der muss warten! Der kann nicht mehr! Der muss Pause machen! So, ich kann dich mit dem Finger überzeugen! So wie vorhin anderen Elf! Wir müssen an die Straße runter! Da fahren die ganze Zeit Leute vorbei! Okay! An die Straße runter! Also, Willenslade! Ich hätte so wieder die Zwanzig sein können! Und wir haben nicht einschalten! Ja, das ist ein bisschen scheiße! Oh! Ich habe Ticket weggegeben! Nein! Was? Jetzt ist auch das schief! Was hast du nicht getan? Du hast das Ticket noch, oder? Wir haben doch gesagt, wir schenken! Was? Was hast du gemacht? Du hast dich nicht geschaut! Oh! 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 Was hast du getan? Was hast du denn? Was? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Das hat ihr gemacht? Was hat er gemacht? Was hat er gemacht? Lass ihn in Ruhe. Der ist auch überarbeitet. Hört auf damit. Hört alle auf. Nur weil ich habe einen kleinen Scherz, ich werde halb umgebracht von meinem Elfen. Das war doch scheißegal, Mann. Das war doch voll egal. Mann, es geht um Weihnachten. Es geht um Zusammenhalt. Also ich glaube wirklich, nächstes Jahr holen ich Roboter. Brauchst du Bandage? Ach Mann, ihr dürft doch nicht immer so aggressiv sein. Was ist alles so drüber? Einfach nur weil ich was besorgen habe. So, Elfo, ich habe mir gegeben Kühlbeutel. Bitte geben mir Kühlbeutel wieder. Ja, ich habe dir gerade einen Verband gegeben. Ja, so hat... Die würde das besser, glaube ich, ne? Ja, ein Verband hat helfen, aber ja. Sag doch mal bei der Polizei. Die haben sicher was dabei. Vielleicht kann Polizei sagen, was machen Wichtel? Nein, das ist Betriebsgeheimnis. Ich weiß nicht, was die haben für ein Problem. Wir müssen noch darüber... Die haben komplett... Die haben alles verloren, was in Weihnachten wichtig ist. Das ist Arbeitsverweigerung. Warum stellt ihr euch so doof an? Warum stellt ihr euch so doof an? Das ist nur ein scheiß Auto. Scheiß Auto. Scheiß Auto. Das ist doch egal. Das ist doch egal. Wenn wir was... Er ist der Weihnachtsmann. Er darf alles. Das ist mir doch egal. Aber wir haben das als Ruppe gewonnen. Er darf das nicht allein in Scheiß. So klingt das eigentlich wie Mickey Mouse. Klappe! Er darf nicht allein entscheiden. Aber er ist der Weihnachtsmann. Er darf alles. Ich würde dich jetzt dagegen stellen. Von mir aus. Ich bin zufrieden. Ich war hier drin richtig zufrieden. Leute! Kommen runter oder kriegen keinen Geld morgen. Vorsicht, Kops. Ich brauche kein Geld. Hallo, Polizia. Kops, sie zeigt mir meine Zuckerstackel tief in den Arsch. Oh Gott. Unsere Mission war... Hallo. Zeig dir die Klappe. Ähm. Unsere Mission war doch, Zuckerstangen dann liebe Bürger zu verteilen. Und nicht uns gegenseitig zu schlagen. Ja, da drüben sind ganz viele noch. Nicht wegen einem scheiß Auto, sondern wegen einem Geschenken. Na und? Aber wir wollten doch den Leuten Freude geben. Ja, aber wir wollten nicht ein Auto verschenken. Was machen wir? Ja, aber wir machen doch... Wir haben nie gesagt, dass wir nicht wollen verschenken einen Auto. Was? Verschenken wir nicht! Richtig? Wenn wir nicht was zu Weihnachten kriegen... Haben wir noch Zuckerstank? Haben wir noch Zuckerstank? Haben wir noch Zuckerstank überhaupt? Ja, also ich habe noch... Eins, zwei, drei. Ich geh. Ich geh. Wir holen mir noch eine... Hallo. Hallöchen. Guten Tag, hallo. Hallo. Gehört ein von Ihnen, der Jugula da vorne? Nein. Wir sind zu Fuß hier. Nein, aber... Warten. Wir sind ein Geschenk. Sie sind bestimmt... Schauen. Oh, danke schön. Bitteschön. Aber nein, ist nicht unsere. Wir sind... Laufen. Gut. Dann hat derjenige jetzt Pech gehabt. Ja. Ja, nehmen Sie ihn halt mit. Das ist halt so. Nein, ich glaube nicht klauen. Nein, nein, ich weiß schon was Sie sagen. Es reicht doch was Sie machen. Also, ich nehme jetzt mit, ja. Hallo. Hallo. Eine kurze Frage. Gehört einer von euch dieser... Wagen ganz hinten mit dieser... Nein, wir sind zu Fuß unterwegs. Wir sind zu Fuß unterwegs. Tschüss. Nein, aber warten. Warten. Schauen. Hast du noch? Ja, ja. Oh, geil. Zucker. Zuckerstock. Danke. Bitteschön. Geil. Danke, Elf. Dankeschön. So, jetzt habe ich keine mehr. Das waren alle. Okay. Ja, okay. Ihr seid zu Fuß unterwegs. Ja, die ganze Zeit laufen und verteilen Geschenke. Ja, tipptopp. Danke. Danke. Ich wünsche eine frohe Weihnachten an Sie. Danke, danke. Oh Gott. Hallo, wollen Geschenke? Frohe Weihnachten? Ja. Ja. Schauen. In die Zuckerstange. Schauen. Oh, bitteschön. Oh, hier auch noch. Bitteschön. Einen frohen Fest. Danke. Danke. Dankeschön. Danke. So, jetzt, wir haben Auftrag erfehlt. Keine mehr übrig. Beantwortet ihr für diese vielen Geschenke hier? Haben wir eine Frage? Nein. Okay. Das sieht ja aus hier. Geschenken, haben wir gesagt. Hahaha. Nein, nein. Wer nicht? Ja, okay. Aber habt ihr ein Sauerspiel mit Geschenken oder was? Geschenke, Geschenke, Geschenke. Hahaha. Haben Sie einen Schlüssel? Nee, ich habe gar keinen Schlüssel. Ach, scheiße. Ja, ja. Ist ja lustig. Auch nicht. Ich hätte heute Nachmittag nur arbeiten müssen, aber ich musste wieder schlafen gehen. Tja, immer dieser Schlaf, ja? Ich habe dir gesagt, mehr arbeiten und weniger schlafen. Oh, es tut mir leid. Du wolltest nicht hören. Haben die heute Mittag wieder verkauft oder was? Nein. Man konnte zwei Holz, fünf Orangen und fünf Wein bringen und hat dafür im Tausch zwei Schlüssel gekriegt. Beim Gewerbeamt. Scheiße. Ja. Okay. Verrückt. Ich war da, aber ich hatte keine Zeit. Okay. Ach nee. Ich hatte Zeit, war aber nicht da. Ja. So geht's auch. Ja. Kurze Frage. Soll ich jetzt verschenken? Nein. Nein. Sonst gibt's Schläge. Sonst wird der Totschlag. Was willst du machen, Weihnachtsmann? Er will ein Geschenk. Du willst das Geschenk. Nein, 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 nein. Ich habe ihn gesagt, ist für Farm. Habe ich am Anfang gesagt. Wir haben keinen Schlüssel. Habe ich am Anfang gesagt. Elf. Ja, ich weiß schon. Und Weihnachtsmann hält dann wo und so und alles. Ich weiß doch schon. So wie erhalten Zuckerstange. Die, die, weißt du, die anderen. Fest in Hand und lass ihn nicht los. We, weißt du, Weihnachtsmann, die anderen, die verstehen das nicht. Ja, ich weiß. Die wollen immer nur, die sind alle gierig, weißt du? Ich weiß dann. Aber Weihnachten ist anders eigentlich. Weihnachten ist das Fest der Liebe. Nein, das ist das Weihnachten ist doch das Liebe. Was ist das Weihnachten von Coca-Cola? Ja, eben. Ich wollte sagen, es wurde zum Fest der Geschenke. Ach so, ja, da hast du recht. Da bist du korrekt, ja. Guck, guck, guck allein den Würfelpackern. Man sieht ja sehr. Ich weiß, ich habe es gesehen, ich bin da gerade durchgelaufen. Können wir was trinken? Ich habe jetzt nur gehofft, wollte gerade sagen, bei Geschenke. Ihr habt doch bestimmt ein Trinkspiel oder so und so, wie der Weihnachtsmann gelacht hat. Nein, ja. Gerne. Ja, Trinkenspiel. Geschenke, Geschenke, Geschenke. Ja, tanzen. Aber kurze Frage, hat jemand was trinken? Ja, ja, ganz viel. Johnny, komm her. Ich bin viel. Ja, okay, ich wünsche euch dann noch ganz viel Spaß, ne? Ja, und voll. Tschüss. 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 Hoffentlich leg ich meine Stimme morgen nicht kaputt. Ach du Scheiße. Ich glaube schon. Nein. Erklär das dann mal. Sag dann den Leuten, du warst als Wichtel unterwegs. Aber Leute, man muss schon sagen, Alter, hä, aber warum einfach ein Auto, Mann? Nein. Warte. Warte. Oh, die gerade da im, 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 im Blütenzauber, äh, stand. Ah, weiß ich nicht. Oh ja, ich glaube. Oh ja, ich glaube. Ich glaube. Ähm. Bitte? Bitte? Ah, okay, sind dort vorne. Okay. Ah, wie ist deine Stimme hier? Ah, Johnny? Johnny! Wie, unterschreib? Was? Was? Ich weiß nicht. Mach's ja nicht. Nicht zu dem Bambi. Bambi kann nicht zahlen. Ja. Oh mein Gott. Ja. Oh mein Gott. Ja. Oh mein Gott. Ja. 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 Das ist ne coole Frage. Ja. 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 Die Zuckerstein gibts zu dem da drüben. Ich bin hier. Ja ich bekomm gerade. Ja. Dam dam da dam dam. Äh. Fortlebiere Tüte. Dam da da dam. Wir müssen... Woran gehen wir als nächstes? Was ist unser nächstes Ziel? Ich hab ne Ahnung ins Piddy. Ist ja keine Ahnung ins Piddy. Ins Piddy mit Maske. Den reißen die dir den Kopf ab. Wir laufen einfach rein. Ja dann kannst du direkt da unten in die Zelle gehen. Ja. Ja. Ich glaub das wird nichts. Ich glaub vielleicht vor dem Piddy okay. Oder ins EMS falls da... Na die sind... EMS dürfen wir auch in den Kopfmaske. Ach scheiße. Ach scheiße. Aber wir können nicht reinlaufen. Ich glaub dann verhaften wir uns halt wirklich direkt. Naja das nicht. Aber die würden schon sauer sein glaub ich. Ja das auf jeden Fall. Ja man. Ist jetzt Alberto weggelaufen? Mhm. Ja dann lass gleich so den Kopf hochrennen. Ja wir können ja da vorhin gehen. Naja. Ja wir können ja... Elf Nummer 5. Ich muss mal kurz jemanden vergraben. Schon... Schon einen guten Tag. Oder von dem Piddy. Wie kann ich hier fehlen? Hallo. Ähm... Ich äh... Ich äh... Haben... Äh... Einen ähm... Ähm... Ein Taxi oder wie haben wir das? Ich hab an einen guten Schein. Und dann... Ein paar Entfällen. Und dann würde dann gerne holen... Äh... Einen Auto. Ach ja Luxury. Ich kann nur ein Auto kaufen. Na wir haben äh... Ähm... Wir haben einen... Einen guten Schein. Ja. Können wir diese bei Ihnen äh... Nutzen? Ähm... Wenn es eine BDM Gutschein ist. Na wir brauchen eine Zuckerschange. Schnell komm mit. Oh ich nicht wissen. Oh Beinatzmann du hast nen Job. Luxury Cards müsste es sein. Doch äh... Ja. Luxury Cards sind gar nicht da. Ja. Ah... Okay. Ich glaube... Äh... 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 Ich glaube es geht nur noch nach Weihnachten. Glaub ich zu sehen. Okay. Ich denke mal die Gutscheine werden nach Weihnachten auch noch funktionieren. Ja. Ich komm mit. Äh... Da ist der Weihnachtsmann. Da ist der Weihnachtsmann. Bist du der echte Weihnachtsmann? Natürlich. Und wo ist dein Schlitten? Äh... Eisenschlitten stehen in Parkenhaus. Ah... Okay. Bei BDL? Bei BDL? So... 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 Geben. Oder haben schon gegeben. Komm, ab schon mal mit. Okay, okay. Und welches Kind hier ist das? Ist das Wichsen? Oh... Ja, so... So wir ihn nennen in Gruppe. Ja, aber eigentlich heißen Rudolf. Rudolf? Achso. Ich dachte, das wäre Wichsen. Das ist Wichsen. Äh... Achso. Ja, ja... Alles hat keine große Nase. Ja... Stimmt. Wir sagen immer, ah, ich geh Wichsen und dann meinen hinzu Rentier. Stimmt. Ja. Ja, stimmt. Ja, jetzt soll ich nicht bescheiden. Vielleicht solltet jemand Nummern austauschen. Ich weiß nicht, ob ich das möchte. Ich meine, wer will nicht Wichsen? Halt doch auf! Halt doch auf! Halt doch auf! Ich bin so cool am Tanzen. Ich will da gleich mitmachen. Ja, Musik. Mach mit. Was soll ich denn machen? Ich kann... Machen... Machen Musik. Machen Musik. Pssst, machen Musik. Ich mach's. I give you my heart. I give you my heart. But the very next day. You gave me pain. This year. To save me from tears. A alle functionen. I give you my heart. But the very next day you gave it away This year saved me from tears I gave it to you so much fashion There, is that something I gave you my heart But the very next day you gave it away This year saved me from tears And gave it to you so much as a Spanish Grapple 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 Once bitten into it's worse I can't find a sense to me I can't find a sense to me 1 Das war's für heute. 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 Frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten. Das war's für heute. Das war's für heute. Bis zum nächsten Mal. Das war's für heute. mit dabei. Du bist mit dem, du bist mit dem Punkt. jahr so gut war also nicht unbedingt finanziellen sinne aber einfach weil es nicht weil es ein schönes jahr war so im stream coole leute da waren und sehr viel spaß aber vielen dank dass mit mit im im gewinnspiel dabei ist sehr cool sondern alle anderen moin 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 und recht hat sie bekommen zurück schön dass ihr wieder mit dabei seid ich habe jetzt gar nichts mehr so auf einmal stehen sie jetzt alle da hinten was ist los elf warum laufen so komisch ja dann musst du dir sagen zu dir sein oh jetzt stehen alle hier hoch ja weil irgendwie alles sich verlagert ich wollte dem bescheid sagen aber ich glaube wir müssen alle gehen ja ja weg was für abend ja vielen sachen passiert ja sehr gerne essen 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 brauchst du was nein 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 allen gut ich habe auch jede menge trinkt aber magst du was zu essen geben ich habe ihm was du brauchst du auch was essen ja ja bitte danke dir ich sag nein krieg was perfekt ja dann vielleicht was ausziehen kurz abkühlen ach viel besser angerschaft öjay jö so gut ich binющig im klo jö 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 auch frieden jö muss mir ganz kurz die sehr genau anschauen ja dann gehst du direkt mit einem freund mit und kannst du kannst dich quasi mit ihm zusammen könnte dann hinten irgendwo in der ecke könnte so gegenseitig am daumen nuckeln viel spaß ja ja so er und er nur abkühlen ist in busch haben gesagt auch gehen auf tolle busch ja haben gesagt und elf mit zuckerstange geben wir noch welchen wir noch haben aber ein großer manchmal ist zu viel sein netten weihnachtsmann soll manchmal müssen sein die weihnachtsmann mit komischen witzern wenn du wüsst denn was passieren in weihnachtwerkstatt ganzen tag genau ja ich bin ja mit handschuh hat mit handschuhe abgewischt ich frage mich wie man killar nicht schreibt was abgewischt h e k l a l a l i ich würde jetzt eigentlich raten ja alles zu spät jo zu spät warte nee 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 ja 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 das ist niemand das ist nicht das ist niemand doch das ist niemand der hat das ist nicht das ist niemand hat er gesagt da ist niemand das ist niemand und außerdem bin ich kein kobold ich bin zwerg hä ja woanders ich bin elf zwerg ich bin ein wichtelzwerg ein wichtelzwerg ein wichtelzwerg wir sind zwerg zwergwichtelelfen also also mein bad ist zwerg und meine mütze achso wer redet eigentlich gar nicht so wer redet der elf hallo ich rede hallo hallo achso ja was passiert das ist ein langes abschleppseil nein 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 es ist so schön sein ganz allein und hier unten auf kalten boden Weihnachtsmann. Weihnachtsmann. Da ist einer. Du musst arbeiten. Ja, ja, ja. Hallo. Hallo. Schauen, was sie haben. Frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten. Ebenso. Kannst du was vorsingen? Ich sing? Oh Gott, das willst du nicht hören. Doch. Ich glaube aktuell eher nicht. Für ein Gesang oder ein gutes Gedicht gibt es ein Dollar. Was gibt es da? Ein Dollar. Ja. So, so langsam gern. Ja, wir können weiter. Okay. Achso. Ja, nicht haben sagen. Hallo Elfen. Kommen gern weiter. Ja. Ich ziehe mich danach wieder. Ja, wir gehen doch nicht da rein. So, dann gern los. Na ja, davor, die ermahnen. Wenn wir dann nicht noch stehen, die abnehmen, erst dann beziehen. Ja. Sonst, äh, hallo, hallo, hier spricht, äh, äh. Ah, wieder nicht kommen. Brauchen Sondereinladung. Nein. Alles gut. Wir sind bereit. Ähm, glaub ich. Oh. Wir haben zwei verloren. Ich glaube, die die Fichte verlassen hat. Kasper hat, Kasper hat verloren. Ja, Kasper hat Angst, dass er mit in den Knast kommt. Bla, bla, bla. Mie, mie, mie. Wir gehen ja nicht rein. Wir gehen nur davor. Hätte er sein Scheißkostüm angelassen, dann wäre das kein Problem gewesen. Oh. Du darfst doch nicht maskiert dahin und so. Aber wir gehen ja nicht rein. Wir gehen nur davor. Ja, das ist klar. Wenn wir davor stehen. Ja, weil er, weil er, weil er... Weil er doof ist, richtig? Ja, weil er doof ist. Weiß ich nicht. Meine Ahnung, es ist sehr peinlich. Niemand erkennt ihn doch. Ja. Ich weiß nicht. Also, ich, ich muss sagen, ich, ich muss sagen, Mahlzeit. Ich muss sagen, es ist so ein schlures Weihnachten, was schlures. Trinken, trinken weniger, äh, trinken mit Sprudel. Johnny. Ja, ja. Wir sind unter uns. Ich, ich kenne ein Lied. Ähm, heißen, äh, Johnny, la Chanten esta muy loca. Ja. Piotr, du auch. Das Tontest am Würfelpark für Konzerte. Und auch? Gehen wir zum Tontest. Am 27.12. jetzt? Hä, warum steht er jetzt? Das ist der Tontest. Der Tontest für ein Konzert, was am 27... Haben Sie gesagt, dass ich vielleicht Schnaps bekomme? Ich hab immer noch nichts passiert. Am 27.12. jetzt ist ein Konzert und dafür ist jetzt gleich Tontest am Würfelpark. Oh, Schnaps. Wir wollten nicht. Ja. Haben wir noch gar. Äh, ich nehme alles. Ich nehme alles. Ist mir so egal. Ich hab fast geklappt. Ich hab fast geklappt. Aber ich hab, die Polizei ist gar nicht da. Aber wie was muss trotzdem, weil ich Polizei so... Und schon wieder hat er einen... Hallo, kommen! Mann! Das ist so anstrengend, hier alle beieinander zu halten. Schlimm, schlimm, schlimm! Holy moly! Weihnachten! Aaaaaah! Bringt mir den Scheiß! Bringt euch keine Schlüssel an! Erst gucken! Erst gucken! Erst gucken! Erst gucken! Links, rechts! Ich habe gesagt gucken! Und los! Oh nein! Ich habe gesagt gucken! Oh nein! Oh nein! Oh, Waren kannte in Burden. du musst dich entspannen aber ich finde es eigentlich überhaupt nicht gringy ich finde es eigentlich super cool also natürlich so ein bisschen was dann passiert dann das ist den warten warten so dass wir singen und 1 und 2 und last christmas i gave you my heart sehr gut so wir werden alle polizei los so kommen weitergehen ich bin eigentlich super cool also die aktion an sich ist super cool nein werde jetzt gehen zu die polizei felise navi daten felise navi daten felise navi daten fx die fx fx Untertitelung des ZDF, 2020 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 Was ist denn hier los? Was ist denn da los? So und Leute, und jetzt nicht wird Bösen sein. Immer allen Frühlings sein jetzt. Jetzt zählen, jetzt zählen. Vielleicht. Oh mein Gott. Was kommt denn da? Frohen Weihnachten. Frohen Weihnachten. Frohen Weihnachten. Merry Christmas. 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 Okay. Jetzt haben wir es glaube ich. Geil danke. Bitteschön. Oh das ist ja Gott der Ungeduld. Hammer's bald. Nee. So geben noch mehr. Geben noch mehr. Danke. 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 Schön. Schön. Ich glaube, ich muss gehen. Ich glaube, ich muss gehen. Ich glaube, ich muss gehen. Was finde ich komischer, tatsächlich getragene Socken zu kaufen. Wobei, man muss sich natürlich überlegen, wer hat die Haargummis vorher getragen? Ich glaube, ich würde tatsächlich sagen, getragene Haargummis. Ich bin immer hier für sowas. Gar kein Problem. Weihnachtsmann finden gut. Sehr gut. Ich hoffe, der richtige kommt nochmal, sag, verpiss mich. Oha. Oha. Das ist gleich sehr fies. So. Was läuft der Weihnachtsmann der Ende? Der glühlt schon mal vor. Ich habe gar nichts gemacht. Ich habe nur eine Diesel-Drucke. Abfallruf. 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 Oh was machen ich versuche halt komplett mit zu sehen aber ich kann halt aber wo singen dort vorne wo ist soundcheck aber dort ist soundcheck ihr können nicht gehen dorthin aber dieser typ der vorne steht auf bühne hat lange gearbeitet an dieser musik ja dann ist okay aber nicht jetzt okay ja dann kein problem ich kann ich kann gucken nach deiner und am 27 und der typ da drüben der hat doch bei mal bei singen es ist ein plan die halbe weiß ich nicht was insel deutsch gesagt 1 warum schreien ist hier irgendwo einmal nackte haut die zahlen dafür die kommen sofort das sind halt diese haben muss es ist wie als wenn alberto auf der party wieder weiß genau ding ist aber das hat doch mal das heißt die nummer fernberg wir haben unser bambi verloren und so ich kann helfen kein problem so fühlen du sollst mich nicht da anfassen und du sollst auch nicht auf mein geschicht treten aber kommst du mal kurz mit meint meint ich muss mit dir reden ok auf hoffentlich nicht zu was nein pass auf ganz kurz du hast das auto gewonnen ja das auto bleibt in deinem besitz ok 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 du kannst gerne wenn du willst diese schlüssel vergeben an die leute wie du die du willst ok ok ich möchte nicht dass du irgendjemand ja gut vielleicht von mir aus leo aber ansonsten wirklich niemanden oder tom auch noch aber ansonsten wirklich niemanden irgendwie den schein gibst ok nein nein ich hätte sowieso nicht gemacht gut weil ich habe so ein bisschen mulmiges gefühl bei ein paar leuten ja 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 so also ja ja ich verstehe gut weil zum beispiel also nur als beispiel warum ich meine ich möchte mich ja rechtfertigen weil Casper zum beispiel der wollte sofort unbedingt das auto haben also gleich komm gehen wir dahin gehen wir dahin hey wir hatten spaß und der wollte unbedingt dahin gehen ja ich meine ich freue mich dass du das auto gewonnen hast und dass du es uns allen so geben möchtest du wirklich aber ja so allen geben werden glaube ich auch bisschen zu wie sagt man aufwendig also jeden sagen kommen her geben schlüssel und nein ich einfach nur nur ja so du wären einen ähm leo wären einen ähm johnny wären einen Tom auch Tom ist netten netten typen ja ja nein nur ich verstehe und ich wollte direkt sagen dass ähm ja du auch sein einen ähm so und irgendwann du kannst dann auch gerne fahren wenn ich bin abgeholt natürlich danke ja kein Problem ist nicht nötig aber danke trotzdem weil wie gesagt ich das wollte ich dir nur sagen ja ja danken danken ist mir nicht so aufgefallen äh ja aber ähm nein bei allen anderen weißt du auch alle anderen haben gesagt ja komm machen wir langsam komm mal weiter spaß und so mhm er wollte halt unbedingt direkt gleich sofort ach da kommt er glaube ich schon ja der kommt ja ok passt das ja ok ok passt dankeschön danke für die paar Minuten ja kein Problem gerne wieder irgendwann noch ein bisschen längere Minuten vielleicht im Auto aber dann müssen wir aufpassen dass wir nicht waren durch Wald weil ich glaube wäre letztes Mal was ist denn jetzt los hier wo ist wo ist Tom wo ist Leo was machen die leo sucht Tom grad äh wieso geht ihr nicht einfach anrufen wir haben noch 2022 er hat ein Handy keine Ahnung excuse me wir haben 2022 ah ich habe äh Kessler wiedergefunden also wo ist Leo er ist also äh die Suche ah da ist Tom Tom ist doch hier wo da ah da hallo Tom hallo so jetzt noch jemand rufen an Leo ja ich weiß wo sie ist ja warte ich noch drüben rufen an ich bin auch kurz nicht ansprechbar achso die liest deine SMS ja ja die ist da hinten ich bin jetzt fertig weil das die da alle weggehen oder wie alles gut ich glaub wir haben unsere Chance hat auch hey wir wollten singen nein ja jetzt sind alle weg ja besser so wir haben einfach verkackt hätten sonst alle Kopfschmerzen gehabt also es ist furchtbar ja frohe Weihnachten 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 wir saufen dass ihr den Abend heute vergessen hä wieso sagt man das erst morgen heute ist Weihnachten die haben keine Ahnung ja die reden hier mit 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 Profi von Weihnachten Jaden wenn nicht wissen wir wann Weihnachten wär sonst was Jaden was Jaden Jaden das ist eh noch Jaden Jaden heute ist der 24. Jahr also Adventskalender kannst du jetzt aufmachen also es ist Weihnachten heute fertig muss mal kurz wo wäre schon alles fertig ja gut es hängt davon ab klar glaube oder so glaube ich also Bescherung gibt es erst abends dann abends ja gut das schon ganz kurz jetzt will ich fragen Jaden du bist doch nicht der Inhaber von Unicorn nein ich glaube das wäre ein Jan für ihn ich weiß jetzt nicht Jaden oder Jaden 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 ich bin beim Späti oben das ist Jaden das ist Jaden und ich glaube einer einer von den höheren Typen ist Jaden bei Unicorn okay das kann sein ich weiß nur ich werde erinnern ob der Geschäftsführer ist keine Ahnung Jaden das wäre der Hammer gewesen ich hätte Jaden jetzt gefragt ob er uns einfach mal singen lässt am Unicorn ich hätte ihn gefragt ob er mal kleine Weihnachtsmanns-Session springen lässt also das wäre der Hammer gewesen und ich bin bei den Frauen hinter schön entspannen ja ich mamel ich jetzt mal telefonnummern ein die ich noch nicht habe ja ich war auch noch nicht alle ja johnny ich wieder umgezogen ja ich hab mich umgezogen warte welche nummer wird jetzt angesagt von peter die verkleidung bringt echt eine menge wenn wir den namen 4361 ich habe die nummer anscheinend falsch eingegeben 448 4361 richtig 4361 jahre jetzt richtig dann brauche ich einmal noch die nummer von weihnachtsmann ja so und name von weihnachtsmann ist er peter wird wie geschrieben? p-e-o-t-r ja und nummer ist fünf fünf ja fünf ja eins ja zwei ja zwei ja sieben ja nudel ja neun ja sieben ja und auch gerade schreiben ja richtig und gerade schreiben SNS mit Namen ja weggemacht ach so johnny ohne h die nummer war fünf 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 eins zwei zwei sieben null neun sieben ne? wie hattest du das? ah bitte? die nummer war fünf 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 eins zwei zwei äh sieben null neun sieben ne? richtig alles klar ja alles verpasst so und auch einfach gerade kurz schreiben äh also ich habe gemacht name ja das schon gemacht schade die nummer ist schon fertig schade Vielen Dank. Vielen Dank. 4, 3, 1, 3, 0, 3, 0, 5, 5. Ich gehe mir am besten auf den Namen per SMS. So. 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 Am Ende läufst du noch hoch. Was ist denn jetzt schon wieder passieren? Ja, keine Ahnung. Joey ist doch mit Alice zusammen. Alice ist doch jetzt im Urlaub. Und er ist hier eingereist und hat zwei Schwestern bekommen. Kein Plan. Ist alles in Ordnung. Ich fühle alles. Ich bin voll da. Passt. Und dann haben wir ihm vorhin zweimal angebunden. Komm doch mit uns mit. Dann bist du nicht so alleine. Nee, 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 nee. Kein Bock. So, beim ersten Mal ist er ja mitgekommen. Als wir es letztens gemacht haben, hier, in der kleinen Runde, ist er mitgekommen. Aber jetzt weiß ich auch warum. Wegen Alice. Weil er umbildend an Alice ran wollte. Und heute ist er nicht mitgekommen. Und jetzt schiebt er halt so einen Film. Er sitzt am Pier und schreibt uns allen. Dann geht er nicht ans Telefon. Er schreibt nicht zurück. Weißt du, an Weihnachten muss man das einfach nicht. Ich meine, wenn es einem schlecht geht. Wenn es einem schlecht geht. Ich verstehe alles. Ich habe volles Verständnis. Aber dann nimm doch die Hand von den Leuten, die es anbieten, so wie wir jetzt das gemacht haben. Und nimm sie einfach an. Oder wenn du an eine verständnisst. Lass die Leute, die halt den heiligen Tag feiern wollen, halt einfach in Ruhe. So doof wie es klingt. Ja. Und letztens hat das Thema, jetzt hat er... Ich meine, ich verstehe Leo. Sie macht sich da ein bisschen Sorgen drüber. Ich meine, an sich bin ich auch d'accord. Ich sage auch ganz ehrlich, wir fahren mal still zusammen. Aber wir haben uns ihn eigentlich schon zwei, dreimal angeboten. Und beides war alles abgelehnt. Nur weil wir jetzt hier eben mit Wichteldinger und keiner Ahnung... Ja, wir haben Weihnachten gefeiert. Mhm. Hey, wir hatten Spaß. Ja, war sehr schön. War denn lustig. Gestern haben wir geredet. Piotr und ich. Und ich habe Angst vor den Weihnachten gehabt ein bisschen. Weil ich alleine bin. Ich bin in meiner Wohnung. Und heute, ich hatte einfach die schönsten Weihnachten so. Und ja, und jetzt muss man das so kaputt machen, oder wie? Weil man Cringe spielen will und Weihnachten ist scheiße, kein Bock. Ja, dann heult uns nicht die Ohren voll, wenn du dich jetzt scheiße fühlst. Wir haben es dir angeboten. Ja. Da bin ich jetzt... Mittlerweile bin ich jetzt auch schon so, wo ich sage, es muss jetzt nicht sein. Ja. Ja. Man muss mich alles kaputt machen. Ja, ich verstehe. Und ich rufe mir ein Taxi hierher. Das ist wie zu fahren, fährt. Dann weckte ich meine Klamotten. Dann suche ich mal Leo und das Problemkind. Ja, warte. Ähm, nee, wir fahren... Wo, äh, wo, äh... Ja, stimmt, stimmt. So, dort steht 6, 6. Hey, ich sag's dir. Wenn Leo jetzt irgendein... Nee, wenn sie echt benutzen hat, ist man so recht nicht... Also, ich rufe uns erst mal einen Taxi für drei, ja. Ja. Ja, also, JJ meinte, JJ meinte, ähm... So, Alberto, erst mal, erst mal kommen runter. Erst mal kommen runter. Bringe nichts, wenn jetzt, ähm, alle auf 180. Was ist mit Tom, wo ist Tom? Ich rufe mal JJ. Ja, ansonsten soll JJ mich einfach schnell hochfahren, dann hole ich das Auto. Oder rüberfangen. Ja, so, kein, kein Stress. So, holen, holen Taxi, holen Auto und dann suchen zusammen. Mehr bringen als fahren durch die Gegend wie kopflosen Huhn. Weißt du, etwas Gutes hattest, ich hab, ich hab Leo, die, meinen Geschenke gegeben. Mhm. Und sie hat sich gefreut. Oh, sehr schön. Und jetzt kommt das, das schönste Geschenk, was sie mir gemacht hat, ist, dass ich, sie hat mich zur Farm eingeladen, dass ich die Weihnachten bei ihr verbringen kann. Oh, schön. Ja, ja, doch, das ist das schönste Geschenk. Ja, schön. Freut mich. Danke. Und jetzt sowas. Warte mal ganz kurz. Ich rufe, ich hole den 6x6 und dann kann ich euch alle einsammeln. Ähm, ja, passt alles klar. Komm, das ist klar. Ja, passt alles klar. Komm, das ist klar. Okay. Ja, sehr schön. Ja, doch. Aber? Nichts, aber, das nervt mich jetzt gerade ein bisschen, aber... Ja, aber, aber, aber doch nicht immer mit kleinen Sachen auf 180, Alberto. Doch, weil das, guck mal, die Stimmung war gerade bei allen so schön. Ja, aber, 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 aber doch, ist doch Leben. Ist doch Leben. Manchmal passiert. Nicht alles ist, wie er ist auf, auf Zeichenblock und gemalt und von Anfang bis Ende wird so kommen. Nein, ich weiß doch. Ich weiß doch. Du hast recht. Nein, du hast recht. Passt. Kommen her. Alle gut. Ja, das Riff. Ja. So, und jetzt, ich gehen verschenken, Ticket für die T20. Aber, aber, aber so laufen. Ja, ich kann jetzt kurz den 6x6. Ja. Und dann, keine Ahnung, Leo ist meistens schwung. Dem ist es nicht im Dienst, ne? Nein. Belastend. Wieso? Ich kann nicht essen und nicht trinken. Was? Ich habe auch schon schnelles Stäfchen gemacht, geht nicht. Ich kann nicht essen und trinken. Vielleicht. Was geht? Hallo. Hallo. Frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten. Ebenso. Ebenso. Dankeschön. Und auf Wiedersehen. Tschüss. Frohe Weihnachten. Also du kannst nichts essen tragen, das ist schlecht. Das ist wirklich schlecht. Hm. Ich hätte vielleicht gedacht, das ist an der Maske, aber nö. Tom? Ja. Ja. Guck mal kurz. Uh. Alle weg. Immer, immer gehen alle weg. Ja, so. Immer das so. Schlimme, schlimm. Schlimme. Na, ich kann mal was essen. Ich kann ja. Ach, Mann. Wenn ich hier dir mal so einen wunderschönen Burger zuschiebe. Ich habe noch. Ja, mal vielleicht irgendwie, vielleicht sieht das so schlecht aus. Nein. Okay. Leider nicht. Ja. kurze frage haben wir ungefähr fernen richtung wo leo ist okay ich nur kurz schauen leo moment warten 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 bleiben hier bleiben hier leo ist hier vorne war ein gebich kommen vorne zu großen weihnachtsbaum weihnacht baum ist er immer noch nicht hier welche hatte also meine weißt du ich hatte so muskel und dann auch durchs ganze rennen und dann bin ich irgendwie kurz zusammengesackt im bus hallo hallo kommen kommen leo ich habe schon sucht zusammen gestellt der musste ganz kurz was lesen ok und alle anderen hatten schon das ist eine gute frage eigentlich hatten wir plan und jetzt ist plan weg wie suchen ich habe gedacht ich bin damals ja weiß ich nicht er wollte eigentlich ja kommen ja der mir geschrieben dass er sich wieder verdrückt hat weil ihm das zu viele leute waren ja und jetzt ist er wieder wo und toll sich nicht solchen anrufen ja vielleicht mal fragen ihr ist auf die farm oder was genau habt ihr da noch ja die oder die ist auch noch nicht so lange da ja ach so ja wir wollten ja ein weibliches barmweg die kann natürlich ich weiß nicht wo ja wir sind aber ich hole mit dem taxi und fahrt mit dem taxi hoch beziehungsweise das taxi nur da wir haben doch den 6x6 und wir haben doch Albertus Auto ja so also die sind gerade fahren mit 6x6 holen Alberto Auto ja ah ok hat gerade geschrieben sms ja ja ich hab ihm jetzt geschrieben was hat er schon geantwortet nein du solltest ihn vielleicht anrufen ich mach ja schon oder ich rufe ihn an nein nein ich mach schon geht mir drum ich mach mir halt einfach Sorgen weil es passieren irgendwie immer komische Dinge wenn es einem nicht gut geht so ja ich kenn das von mir selbst da passiert immer irgendeine Kacke oder Joe wo bist du na du bist auf der Farm ok wir kommen auch gleich alle zur Farm ach auf der Farm perfekt siehste alles klar bis gleich ich lieg gleich im Dreck warum ich kann immer noch nicht essen trinken das Ding wie jetzt ja ich hab jetzt auch schon mehrfach kurz im Busch aber warte mal vielleicht du musst dich aktiv entspannen vielleicht muss ich dir erstmal ein auf die Schnauze gehen ja das kann auch sein nein nein entspannen einmal entspannen vielleicht helfen oder ich kann ja nicht dein Ernst sein jetzt vielleicht du musst probieren Yoga vielleicht mal hier ein bisschen so oder ein bisschen hier bisschen verweist ja vielleicht mal was anderes essen oder trinken hat er schon probiert naja ich hab schon mehrfach was bekommen voneinander hm so auch nicht ein bisschen Dehnübungen hier so hm nix da würde ich sagen hast du ein Problem ja oh scherler scherler kolomess ja man ich bin schlau in der Tat also wolltet also wolltet ihr eure Masken auflassen ihr könnt die auch nicht absetzen ja ich hab die jetzt abgesetzt ich hab die jetzt auch abgesetzt ich hab die jetzt auch abgesetzt hä du hast die doch ab du hast die ab und die beiden äh ne der hat die ab und ne der ach lass dein renntiergeweih auch das war süß das muss ja hast recht jo jo ja 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 weißt du nicht da wo du gearbeitet hast dann brauchen wir schon ne achso nicht mehr ne das ich brauch echt gar dringend was zu essen der 66 hat da hat irgend einer was für dich ne ich hab nur ja ja ist das echt kritisch ich hab nur oh äh falsch hän also gesehn halt ne Werde weißen. Ja, weil das Bambi, das Weibliche, das arbeitet jetzt nämlich bei Burgershot. Ach ja, die... Kasper, warte mal, ich hatte ja noch... Ich schreibe mal meinen Bekannten nur. Sie hat kein Interesse auf die Form zu ziehen. Ich glaube nicht, dass er jetzt noch da ist, aber der will sich morgen oder so mal melden. Ja. Sonst kannst du zu Not auch direkt beim Yellowjack in Anfragen. Er hat gesagt, entweder soll ich dich dann los schicken oder halt zum Yellow. Aber ich denke mir, da ist bestimmt auch keiner da. Ja, ansonsten machen wir es einfach morgen oder Sonntag. Ja. Morgen bist du ja, glaube ich, nicht da. Morgen nicht, ne. Aber ein ganzer Schmieren jetzt im Gesicht. Eventuell abends. Was hast du... Oh. Ganz arg schwitzen. Oh. Ja, das solltest du vielleicht doch lieber wieder aufsetzen. Ich bin mir gar nicht ganz sicher. Hallo. 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 Hallo, Julian. Was hast du dir noch mal geschenkt? Ja. Also genau genommen hat die Tom dir geschenkt. Dankeschön, Tom. Jetzt muss ich mal kurz unterbrechen. Willst du nicht mal wieder normal reden? Was denn unterbrechen? Nein, ich kann nicht normal sprechen von da drüben im Bambi steht. Ist das Peter? Oh. Ach so. Ja. Aber was hast du denn mit dem Bambi? Ja. Und mein Name ist Peter. Dein Name ist Peter? Ja, wir. Alberto, der fährt jetzt fast zusammen. Hast du denn gegen mich? Und ich hab gar nichts gegen dich. Ich hab bloß Angst, dass wenn du mich wirklich kennenlernst, dass du mich gleich hast. Und deshalb bin ich froh, wenn du mal ein Fischchen hast. Das hast du keinen Menschen. Also. Außer sie heißen Loco. Ich heiße Loco. Oh mein Gott. Alberto fährt jetzt hochzufahren und er holt. Hey. Sollte. Ich muss auch hochzufahren mit dem 636, er will mitkommen. Ich zieh mich so gleich raus. Ja, ich würde da mitfahren. Mit was bist du da? Ja, Pizza finde ich auch gut. Okay, ich steige in den 6x6, wer mitkommen will, ich hab dieses immer mal. Los geht. Ich geh einfach unterfällig von der anderen. Ich hab noch eine schöne Feiertage. Achso. Das ist zu Dachauto. Hilf dein Buch. Nein, 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 nein. So, ich... Ich bin froh, wenn ich aus dem Scheißkostüm wieder raus bin. Oh Scheiß. Ich hab's nicht. Bohe Weihnachten! Hä? Nein. Hey, mach... Ich hab's nicht! Mein Gott, du bist genauso flach wie die Lio. Ja, ist okay. Na ich fartig. Lots ha 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 ha. Holy mooh, dig mooh, dig mooh, dig mooh, dig mooh, dig mooh, dig mooh naof. Ey, Leo hast gesagt, du musst flach. Passt du da noch rein, oder fährst du bei mir mit ansprachen? Ich weiß nicht, ob ich da reinpasst, ne? als du schon gehofft dass jj wegen dir mitfahren weil du hast gesagt so ich habe gedacht du hast gehofft dass jj fahren mit dir leo ich habe schwarz gebrannt bei mir im lager ich weiß bloß das ist ja auch besser so also falls jemand fragt ich war gar nicht bei den elfen weil sie neue dann mir hat er mir hat auch cool aber egal durch die berge ich zahle alles schnell umziehen das ist ja das ist ja Vielen Dank. Ja, wer ist da denn? Noch keinen von diesen Leuten hier heute gesehen. Ich weiß auch nicht, ich würde so... Wer sind das alles für Leute? Hm? Das denn? Wer das ist? Tom ist schon weg oder was? Nee. Was geht jetzt? Geht ihr alle schlafen oder was? Ja, ich schon, ja. Alle ins Bett oder was? Ja, so war anstrengend ein Tag. So viel hier sitzen, anfahren und nichts machen. Aber manchmal auch nichts tun ist anstrengend. Ja. Hui. Wie? Hui. Hui. Du siehst viele bunte Farben. Nee, nee. Ich ergerade, dass ich wieder nüchtern bin. Ah, okay. Da hätte ich was für dich. Ist das Auto offen? Nee, warum was brauchst du? Da ist nichts mehr zu essen und zu drin. Oh, trinken? Das ist komplett leer. Es ist komplett leer. Da ist nichts mehr drin. Wer braucht trinken? Ich brauche trinken. Warte mal, wer von euch hat gerade gesagt, Joe wäre auf der Farm. Hier ist kein Joe. Doch, Joe ist da hinten. Joe Mama. Wo ist der? Ah, Joe Mama, was? Hintem Auto. Joe Mama. Brauchst du noch was zu trinken? Ah, nein, nein. Aber vielleicht essen. Vielleicht habe ich einen kleinen Essen. Essen, ja. Pass auf, hier. Ich habe ein großes Essen. Oh. Oh. Vielen Dank. Gerne. Hat ihr immer noch was zu essen? Ja. Was willst du? Burrito, Chili oder Taco? Ähm, Burrito klingt gut. Braucht man noch was zu trinken? Danke. Ist er denn? Bin ich blöd? Nee, bin schon. Der war gerade da drüben. Der war gerade da drüben. Gut, dann drüben. Zeig mal, wo er war, bitte. Ich weiß es nicht. Entschuldigung. Ja, aber hier, oder? Hier standen die doch. Da hinten doch. Ja. Hm. Hallo. Hallo. Hallo, hier sind Piotr. Morgen muss ich unbedingt zum Friseur. Ja. Die habe ich. Boah, nee. Aber macht ihr denn mal viel Scheiße mit? Das passt schon. Ja. So ist manchmal. So, aber ich glaube, ich werde auch langsam werden legen in Auto. Lieb dich doch. Oh, ich muss was trinken. Das ist keine schlechte Idee. Mal eben schnell was trinken. Wieso legst du dich nicht in die Scheu, ne? Ja, stimmt. Kann auch machen, stimmt. Natürlich. Ich sag, ich sag Leo Bescheid, dass du dann, oder komm, ich sag einfach beide Leo. Ich sag, du kannst ja Leo Bescheid sagen. Ich sag, das ist dir egal. Willst du einen Raum trinken? Ja, warum nicht? Ja, komm. Oder warte, hab ich noch einen? Nee, ich hab keinen. Warte, im Auto. Ja, hol ich es einfach. Stimmt. Stimmt. So, so bricht der im Auto. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. so endlich so in deutschland in deutschland werde sagen man man sagen dass die die wärmsten jacken sein konjacen ich habe gar nichts oder ich glaube man sagt gehen auf jeden fall wir gehen verbände kaufen jetzt sehr gut so gute nacht na ich hatte keine möglichkeit so leo ich werde dann vielleicht auch schlafen in scheune irgendwo hinten in ecke okay sehr gut so ich habe gesprochen gute nacht tschüss tschüss so dann schalte ich mal herrüber bzw mach erstmal Vielen Dank.